Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten. Da Fittesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kikmitsa hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Ziel aus. Und der Volk für Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Diese ganze Stimmung jetzt gefällt mir nicht. Wenn man an sich glaubt und wenn man weiß, dass man in Berlin gewinnen kann, dann geht man hier mit erhobenen Hauptes raus und sagt, okay, heute war es nicht so, aber nächstes Spiel ist es so. Wir haben noch eine zweite Chance jetzt, das Spiel zu gewinnen. Und das wird man tun in Berlin. Sie sprechen es an und Sie waren auch vor der Kurve. Eine ganz komische und teilweise auch explosive Stimmung. Ja, teils, teils. Das ist natürlich klar. Ich meine, die ganze Saison haben wir nichts geboten. Den Fans steht es bis zum Hals. Uns steht es bis zum Hals, dass da die Emotionen raus müssen, ist klar. Der Großteil der Kurve hat am Ende dann doch noch uns gepusht für das letzte Spiel. Und ich hoffe, dass wir diese Fans in Berlin auch haben werden, die uns unterstützen werden. Denn wir brauchen jetzt jeden Einzelnen. Und man sieht es, die Mannschaft tut sich schwer. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt nicht die Köpfe hängen lassen. Union feiert, als ob sie aufgestiegen wären. Das sollen sie tun. Wir werden zurückschlagen am Montag. Am Montag werden wir zurückschlagen. Das kündigt also Mario Gomez an. Und damit herzlich willkommen zur 54. STR-Ausgabe. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung. Bekannt aus Funk, Web und jetzt auch Print der Sebastian. Hallo, Sebastian. Schönen guten Abend. Ja, keine Sonderfolge hier bei STR. Die war auch bitter nötig nach dem ersten Relegationsspiel am Donnerstag, dem Hinspiel in Stuttgart. Wir werden heute natürlich so ein bisschen über das Spiel an sich sprechen und versuchen, euch da draußen Hoffnung zu machen für das alles entscheidende Rückspiel am Montag. Sebastian, vielleicht erstmal eine grundsätzliche Frage. Wie ist bei dir nach dem Hinspiel die Stimmung? Und? Vielleicht schon eine sehr große Frage, aber du kannst ihn noch relativ allgemein beantworten. Wie groß schätzt du die Chancen ein, dass der VfB Stuttgart die Klasse halten kann? Also ich habe am Freitag ein Interview gelesen mit dem legendären Felix Magath, der sagte, es ist ja noch nichts passiert. Der VfB Stuttgart hat die bessere Mannschaft und es ist noch alles drin. Und ich muss sagen, ja, ich meine, warum nicht? Wir haben jetzt eigentlich die große Chance vergeben, aus dem Heimvorteil vor 58.000 Zuschauern, von denen 53.000 Stuttgarter Fans waren, irgendwas zu machen. Ja, haben wir vergeben. Aber es steht 2 zu 2 und der VfB fährt jetzt nach Berlin und muss einfach nur gewinnen. Ja, der VfB hat in der gesamten Saison nur einen Auswärtssieg erzielt. Und ja, Union hat in der ganzen Saison nur eine Heimniederlage kassiert. Das spricht alles gegen den VfB, aber du fährst als Erstligist zu einem Zweitligist und musst einfach nur gewinnen. Und klar, die ganze Tendenz und die ganze Stimmung spricht dagegen. Aber ich habe mir überlegt, jetzt lass es doch mal das DFB-Pokal-Halbfinale sein. Du spielst eine beschissene Saison wie der VfB und kommst irgendwie erstaunlich weit im DFB-Pokal und wirst dann ausgelost, dass du gegen Union Berlin auswärts spielen musst und fährst da hin. Und du musst einfach nur gewinnen. Das ist keine unlösbare Aufgabe. Und ich finde, wenn es der VfB nicht schafft, dann in Köpenick zu gewinnen, dann hat er halt die erste Liga auch nicht verdient. Ja, also das würde ich auch so unterschreiben. Also ich verstehe natürlich die schlechte Stimmung, die nach diesem Auftritt überall spürbar war. Absolut, klar. Es war einfach kein Auftritt, der einen Mut macht und Hoffnung gibt für das Rückspiel. Es war eigentlich das, was man wahrscheinlich momentan vom VfB auch erwarten kann. Nicht mehr und nicht weniger. Und das Spiel an sich, klar, man hat schon so die Hoffnung gehabt, vor allen Dingen nach dem Wolfsburg-Spiel, dass man hinten sehr sicher steht, vielleicht kein Tor bekommt, vorne dann doch jetzt endlich seine Wege gefunden hat, wie man eben dann Tore erzielt. Und eigentlich hat dieses Spiel jetzt alles widerlegt. Also Union ist viel zu leicht zum Torerfolg gekommen. Der VfB hatte, wie schon unter Weinzierl, keine richtige Idee, wie man selber Chancen herausspielt. Ja, und das ist natürlich dann schon ein bisschen ernüchternd gewesen für viele Fans. Die natürlich auch, und das können wir gleich mal lobend erwähnen, ihre Mannschaft grandios unterstützt haben. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, Sebastian, vielleicht kannst du dich daran erinnern, aber ich nicht, dass es mal so laut im Neckarstadion war. Also in der jüngeren Vergangenheit. Das war für mich beeindruckend. Nee, also auch jetzt zum Ende der Saison war das Stadion offiziell öfters bei Heimspielen ausverkauft. Aber es war noch nie so ausverkauft wie jetzt in der Relegation. Also wir waren halt irgendwie, wir haben uns versucht, mit den Union-Bloggern zu treffen. Das ging nicht, weil ein Zaun gezogen wurde. Okay, das gab es schon mal. Aber auch beim PSV, das war so dermaßen voll wie noch die in der Saison. Das hat wirklich auch schon eine Stunde vor Anpfiff ums Stadion herum gebrummt. Und fünf Minuten vor Anpfiff, zehn Minuten nach Anpfiff, das war halt eine Stimmung, die war halt einzigartig. Also das gibt es halt nicht so oft. Also das war ja von den Fans schon sehr grandios. Und da ist halt auch die Frage, ob der VfB dann von seinem Matchplan ein bisschen zu vorsichtig in das Spiel reingegangen ist. Aber ja, also wie du sagst, finde ich schon, die Stimmung war ganz grandios. Und nicht zu vergleichen mit der normalen Saison, das war schon was Besonderes. Über den Matchplan sprechen wir gleich nochmal ausführlicher. Aber das mit der Stimmung möchte ich nochmal ganz kurz ein bisschen vertiefen. Und zwar ist das vielleicht auch ein Resultat aus der PK, die es ja am Dienstag, glaube ich, gab, als Nico Willig eine sehr emotionale Botschaft an die Fans gerichtet hat, dass, ja, er hat es gesagt, alle Signalspieler sein müssen im Stadion, 55.000 brauchen wir, die uns anfeuern. Und ja, die Fans haben das grandios umgesetzt. Und ich möchte auch nochmal erwähnen, dass das jetzt nicht hauptsächlich an der Cannstatter Kurve lag. Die sind immer laut und geben immer alles. Aber man sieht halt, was es ausmachen kann, wenn plötzlich die Haupttribüne, die Gegentribüne und natürlich auch die Unter-Türkheimer-Kurve mitmachen, was dann wirklich möglich ist in diesem Stadion stimmungsmäßig. Natürlich hätte der Verein oder die Mannschaft in den letzten Monaten nicht unbedingt dazu beigetragen, dass jetzt das ganze Stadion Kopf steht. Ist schon richtig. Aber ich fand es halt einfach beeindruckend, was für eine Power in diesem Stadion steckt. Und die habe ich so schon lange nicht mehr wahrgenommen. Und das spielt, glaube ich, auch so ein bisschen mit rein, dass praktisch alle auf den Rängen alles gegeben haben. Und am Ende, ja, man trotzdem mehr oder weniger als gefühlter Verlierer vom Platz geht. Und du hast es gerade eben schon angesprochen, vor dem Stadion, das war eine ganz merkwürdige, aber positive Stimmung. Das habe ich so schon lange nicht mehr erlebt. Zunächst ging es damit los, dass die Benzstraße abgesperrt wurde, weil die Union-Fans mit einem Sonderzug in Unter-Türkheim wohl angekommen sind. Und dann von Unter-Türkheim zum Stadion geführt wurden. Das hat aber meine Parkprobleme eindeutig verschärft. Ich musste mir dann einen anderen Parkplatz suchen. Und dann, das kann ich kurz erzählen, dann bin ich praktisch unter der S-Bahn-Brücke, unter Türkheimer Kurve, äh, Unter-Türkheimer Kurve, Unter-Türkheim bin ich unter der S-Bahn-Brücke durchgefahren. Auf die andere Seite sozusagen, habe mich dann beim Netto hingestellt und wollte dann über die S-Bahn-Brücke Richtung Stadion laufen. Man durfte aber dann nicht diese Brücke überqueren, weil die dort anwesende Polizei meinte, das wären gewaltbereite Union-Fans und man darf nur durch, wenn man keine VfB-Fan-Utensilien an sich trägt. Ja, das war natürlich erst mal ein bisschen merkwürdig für die meisten Stuttgarter, die ja mit mir standen, aber wir konnten uns durchsetzen. So möchte ich es mal ausdrücken. Also es standen zwei, ähm, ja, typische so Hundertschaft-Polizisten vor uns mit ihren Knüppeln und, äh, ihrer Robocop-Montur. Und die haben aber irgendwann gemerkt, nee, es sind jetzt dann doch zu viele, wir lassen die jetzt einfach durch. So, dann konnte ich zum Stadion gehen und habe schon viele, viele Leute mit Schildern gesehen, suche Karte, suche Karte. Das habe ich so auch schon lange nicht mehr erlebt. Also so in der Vielzahl. Und wie du schon richtig gesagt hast, wir wollten uns beim PSV-Bierstand mit den, äh, sehr geschätzten Textilvergehen-Leuten treffen, aber die wurden direkt von der Polizei, äh, ja, zum Gästekorridor geleitet und konnten sich sozusagen nicht mit uns verbrüdern. Und, ähm, ich wollte dann noch zum Palm Beach, um, ja, etwas zu trinken für den guten Zweck. Aber leider Gottes habe ich da auch niemanden mehr gefunden und dachte schon, sag mal, was ist denn hier heute los? Ja, dann bin ich direkt ins Stadion und habe es mir da gemütlich gemacht. Äh, ein bisschen früher als eigentlich geplant, aber es war okay. Äh, ja, vielleicht kann ich das auch noch ganz kurz sagen, wo ich gesessen bin, denn die Neckar-Stadion-Tour findet damit ihr endgültiges Ende. Ich hatte dieses Mal das Vergnügen, im Block 13a in der Reihe 1 zu sitzen. Das ist so 5 Meter neben der Eckfahne. Das heißt, bei Nico Willig auf dem Schoß, oder? Fast, fast. Es ist noch mal ein bisschen weiter nach links versetzt. So, ich sag mal, 5 Meter entfernt von der Eckfahne und von Nico Willig war ich so 30 Meter, würde ich sagen, dann entfernt oder 35 Meter. Es war auf jeden Fall, um die Kurve zu beobachten, grandios und natürlich Mario Gomez jubeln zu sehen. Das war natürlich auch noch mal so das i-Tüpfelchen an dem Platz. Man musste sich das Spiel später noch mal im Fernsehen angucken beziehungsweise via Eurosportplayer, weil du siehst natürlich dann viel Taktisches eben nicht so richtig und kannst auch nicht immer einschätzen, ob das jetzt gerade eine Chance war oder ob der Spieler noch 33 Meter vom Tor entfernt war, der gerade abgezogen hat. Ja, aber wie ist denn das Reihe 1? Da sitzt du, weiß nicht, Luft, also so ein Meter über Grasnarbe, höhentechnisch. Siehst du da irgendwie was? Ja, ich sag mal so, du hast ja so ein gewisses Gefühl, das ist das Erste, du hast so ein gewisses Gefühl, was passiert da gerade im Spiel. Dann sind die Zuschauer natürlich ganz wichtig. Also bei der Donis-Aktion habe ich zuerst nicht richtig einschätzen können, die zum 1-0 führte, habe ich zuerst nicht richtig einschätzen können, wo er sich gerade befindet und wie frei er eigentlich ist. Ich habe gesehen, dass er da zwei Leute aussteigen lassen hat, aber ich dachte mir so, ja okay, da werden jetzt wahrscheinlich noch mindestens ein Spieler noch einlaufen, aber er war ja da wirklich komplett frei, habe ich dann später im Fernsehen gesehen und das hast du halt nur dadurch wahrgenommen, dass es so laut wurde auf einmal und dann wusste ich, okay, das scheint eine große Chance zu werden. Aber gefühlt von meinem Platz sah es so aus, als ob Gentner aus 5 Meter Torentfernung das Tor erzielt, aber es war ja deutlich mehr. Also es ist schwierig. Ja, definitiv und der Pass von Donis war auch nicht wirklich gut, also sieht man auch erst im Fernsehen. Genau. Auch Gommes, ich dachte, das wäre Gommes Traumschuss gewesen, der da reingegangen ist. Ich habe nicht gesehen, dass Friedrich den Ball noch so merkwürdig abgefälscht hat. Also ja, es leidet so ein bisschen, ja, das, was auf dem Platz passiert, das kann man nicht so richtig mitverfolgen, aber ich gucke mir die Spiele eh immer danach nochmal an, von daher stürzt mich nicht. Ich liebe halt diese Atmosphäre an diesen besonderen Orten im Stadion. Viel Nähe und wenig Übersicht. Ja, es ist wirklich, also wo die vor mir da gefeiert haben, da fühlst du dich einfach, als wärst du wirklich mittendrin. Also das war einfach ein toller Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man konnte auch wieder vieles, da werde ich nachher noch drauf zu sprechen kommen, mitbekommen, dass man natürlich sonst nicht, also im Fernsehen schon gar nicht mitbekommt. Und wenn man, was weiß ich, Mitte, Mitte gegen Tribüne sitzt, kriegt man es wahrscheinlich auch nicht alles so mit. Es gab ja da zum Beispiel Auseinandersetzungen zwischen, fast schon Handfeste, zwischen Haupttribüne-Fans und Fans der Ultraszene, beziehungsweise Cannstatter Kurve. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. So, das war Neckarstadion, Tour und vor dem Spiel. Jetzt kommen wir zu dem, was, oder ein Thema möchte ich noch vorweg ziehen. Ja, das ist vielleicht noch wichtig, bevor wir jetzt zum Spiel an sich kommen. Und zwar gab es ein Interview im Vorfeld zum Hinspiel der Relegation Mario Gomez bei Eurosport, das mich dann doch ein bisschen verunsichert hat. Ich habe mir überlegt, ob ich daraus jetzt einfach zitieren soll und euch sagen soll, was Mario Gomez so gesagt hat. Aber ich finde, in der Art und Weise, wie Mario Gomez sich ausdrückt, kann man ganz viel rauslesen. Deswegen würde ich jetzt ausnahmsweise mal während der Aufnahme was einspielen. Ihr könnt euch das mal anhören. Und Sebastian, wir beide sprechen gleich darüber. Glauben Sie oder wissen Sie zu wissen, um die Bedeutung dieser beiden Spiele, dass sich jedem gerade bewusst ist, um was es geht für den VfB Stuttgart? Ich hoffe es. Und ich gehe fast ein Stück weit davon aus, denn Relegation ist ja tatsächlich auch für den Bundesligist so dieser letzte Strohhalm. Sie kennen es ja. Eigentlich, genau. Ich kannte es ja. Der Dieter hat es jetzt zum dritten Mal in Folge. Also wir sind da auch schon ein bisschen Relegation erfahren. Dementsprechend muss das jedem bewusst sein. Aber als konkretes Beispiel, wir hatten dieses Spiel gegen Wolfsburg und ich habe in diesem Spiel nicht gespielt und dann war der Schlusspfiff. und ich bin über den Platz gerannt wie so ein kleines Kind, weil ich einfach wusste, jetzt haben wir wenigstens diesen Strohhalm sicher. Weil hinten raus, also es war ja eigentlich immer so klar, Relegation schaffen wir auf jeden Fall. Und das schaffen wir auf jeden Fall. Und lass uns das Spiel verlieren und Hannover oder Freiburg gewinnen. Dann stehst du da am letzten Spieltag. Und ich glaube, in der Situation weiß ich nicht, ob es jedem so bewusst war, dass dieses Spiel so verdammt wichtig war. Vor allem dieses Ergebnis so verdammt wichtig war, dass wir zumindest mal diese Relegation gesichert hatten. Und dementsprechend ist es jetzt zwei Wochen her. Wir hatten jetzt zwei Wochen Zeit, uns darauf einzustellen. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit gehabt, auch zu überlegen, was bedeutet das. Der Trainer hat jetzt auch nochmal viel mit der Mannschaft, mit den Spielern gearbeitet. Also ich glaube schon, dass jeder weiß, um was es geht. Also soweit Mario Gomez zum aktuellen Stand der Mannschaft, möchte ich fast schon sagen. Also ich denke mal, man kann so ein bisschen nachvollziehen, warum mich Mario Gomez' Antwort schockiert hat. Es hört sich für mich so an, dass innerhalb der Mannschaft doch der ein oder andere Spieler dabei ist, der die Situation nicht so richtig greifen kann, nicht so richtig verinnerlicht hat. Und man macht sich dann schon so ein bisschen Sorgen, ob das dann die richtigen Leute sind, die den VfB hier vor dem zweiten Abstieg innerhalb von drei Jahren bewahren können. Sebastian, wie bewertest du das, wenn Mario Gomez sagt, er glaubt, dass alle Spieler verstanden haben, um was es aktuell geht? Und wie siehst du es, dass es offensichtlich genügend Spieler gab, die vor dem Wolfsburg-Spiel sich nicht so richtig bewusst waren, dass dieses Spiel gegen Wolfsburg jetzt nochmal wirklich sehr entscheidend sein kann, um überhaupt erstmal den Relegationsplatz zu sichern? Wie nimmst du diese Aussagen von Mario Gomez wahr? Ja, ich nehme sie zur Kenntnis und denke, es hat sich irgendwie nichts geändert seit dem ersten Spieltag. Also, dann hat man gegen Rostock verloren im DFB-Pokal, dann war das halt ein Unfall, dann gewinnt man nicht gegen Mainz, dann verliert man gegen die Bayern und dann hört man ein Interview mit Mario Gomez, der sagt, ja, da haben vielleicht zu viele gedacht, dass es halt einfach so weitergeht, wie in der Rückrunde der Vorsaison und da schrillen halt bei mir echt sämtliche Alarmglocken, weil der Tabelle ist es völlig egal, was du in der Rückrunde der letzten Saison gemacht hast. Die Tabelle geht bei null Punkten los und wenn du halt nicht gewinnst, dann hast du halt null Punkte und das zieht sich halt durch die komplette Saison und das finde ich halt schon ein bisschen erschreckend, weil da sind so viele Spieler dabei, die halt schon viele Saisons auf dem Buckel haben, bei vielen Vereinen gespielt haben, jede Menge Erfahrung haben und die müssten das doch einfach besser wissen. Und ja, das lässt mich halt so ein bisschen ratlos zurück und ich glaube auch, dass die nach wie vor nicht begriffen haben, um was es halt geht. Also das heißt dann, ja, dann retten wir uns in die Relegation und dann, okay, dann spielen wir halt im Hinspiel zu Hause nur unentschieden, dann müssen wir halt in Berlin gewinnen, aber irgendwann ist halt das letzte Spiel und das letzte Spiel ist jetzt halt am Montag und wenn man das nicht gewinnt, ich glaube nicht, dass man ein 3 zu 3 oder ein höheres Unentschieden erzielt, dann ist der Laden halt wirklich zu und dann spielt man in der zweiten Liga und ich glaube, dieses Bewusstsein ist in der VfB-Mannschaft auch jetzt nach quasi 35 Spieltagen irgendwie nicht gelandet und das ist dann schon relativ frappierend. Also gerade das Thema, was Mario Gomez ja auch in seiner Antwort aufgegriffen hat, dass die meisten sich sicher waren, dass wir definitiv den Relegationsplatz erreichen. Das ist auch so was, wie du schon sagst, das zieht sich durch die komplette Saison. Man hat immer das Gefühl, man kann sich die aktuelle Situation noch halbwegs schönreden. Also es gibt dann eben, ja, von Weinzierl die Äußerung, man möchte das Endspiel auf Schalke erreichen und wenn dann innerhalb der Mannschaft aber trotzdem eigentlich der Entschluss schon gefasst wurde, ja, beziehungsweise beschlossen wurde, die Relegation, die schaffen wir ja auf jeden Fall, dann fehlen halt die paar Prozent, um sich trotzdem noch an Schalke ranzukämpfen oder zumindest den Abstand nicht größer werden zu lassen, um dann wirklich dieses Endspiel zu haben und noch Platz 15 erreichen zu können, wenn man am letzten Spieltag auf Schalke spielt. Weil man ja eh schon gedanklich, ja, Relegation, das kriegt man schon hin. So, und dann ist man in diesem entscheidenden Relegations-Hinspiel, wo du den Grundstein legen musst für eben dieses Rückspiel. Man spielt wieder 2-2, ja, nicht Fleisch, nicht Fisch, mein Gott, wir haben ja jetzt immer noch die Möglichkeit, in Berlin irgendwas zu reißen. Also es wirkt immer so, als ob die Mannschaft sich, ja, ihre schlechten Leistungen versucht, schönzureden, zumindest Teile der Mannschaft. Und nie eigentlich dieser Realitäts-Check innerhalb der Mannschaft ankommt. Und das beunruhigt mich dann doch vor dem Rückspiel noch mehr als das, was ich beim Hinspiel gesehen habe. Also an sich das, was fußballerisch geboten wurde. Das war auch beunruhigend teilweise, aber da kommen wir gleich noch drauf zu. Aber dass innerhalb der Mannschaft wirklich es da noch Zweifel dran gibt, wie prekär die Lage ist und wie wichtig dieses Spiel gegen Wolfsburg war, ja, dass man zumindest punktet, um nicht Gefahr zu laufen, am letzten Spieltag noch direkt abzusteigen. Das hat mich wirklich schockiert. Auch mit diesen Worten, oder ich habe mit diesen Worten auch den Tweet verfasst letzten Endes. Und das lässt mich fast schon sprachlos zurück. Und dann hoffe ich einfach, dass die Spieler, die das nicht verstanden haben, in der kommenden Saison, egal in welcher Klasse wir dann spielen werden, auch nicht mehr das Trikot des VfB tragen. Weil, ja, ich habe da kein gutes Gefühl. Auch nicht für die Zukunft. Aber ich glaube, das ist halt auch nicht nur den Spielern geschuldet, sondern es liegt halt wirklich tief in der DNA des VfBs verwurzelt. Weil dann werden die zwei Relegationsspiele von der Marketingabteilung zelebriert wie ein DFB- oder Europapokalfinale. Dann gibt es tatsächlich halt dann für das Spiel gegen Union Berlin einen Relegationspokalschal. Und jeder, du, neben mir haben es vier oder fünf Leute gekauft, das Ding. Ich wollte dich fragen, hast du einen gesehen? Ja, ich habe keinen einzigen von den fucking Schals gesehen. Ich saß auf der Haupttribüne. Natürlich habe ich die Schals gesehen. Alles muss gekauft werden. Weil wenn ich einen gesehen hätte, irgendwo auch beim Händler, ich glaube, ich hätte mir einen gekauft für zehn Euro. Ich meine, bei Union kosten die 14,95, also das 1,5-Fache. Und ich habe mir überlegt, eigentlich müssten wir uns alle einkaufen, um dann nach dem vermutlichen Abstieg uns den Schal umzulegen und zur Jahresmitgliederhauptversammlung zu gehen. Weil das wäre dann angebracht. Aber ja, also man versucht irgendwie das Möglichste rauszuziehen, dass die zwei Relegationsspiele werden gefeiert wie ein Europapokalfinale. Es werden Schals aufgelegt und alles andere. Also es liegt halt nicht nur an den Spielern, sondern es liegt halt auch wirklich am Klub selber. Weil selbst die kleinsten Erfolge gefeiert werden, wie ganz groß der Vorhinein. Und das ist halt traurigend. Und dass es dann auf die Spieler überschlägt, möchte ich den Spielern an sich dann wirklich gar nicht anlassen. Weil ja, die nehmen die Stimmung und die Schwingungen halt mit, die vom Klub aus kommen. Ja, und dann wird halt auch eine Relegation gefeiert, wie ein wirklicher Sieg. Obwohl es in Wirklichkeit nur der verzweifelte Versuch ist, die historisch schlechteste Leistung einer 125-jährigen Vereinsgeschichte ist, die man zu retten versucht. Ich bin jetzt schon gespannt, wie gefeiert wird, sollte der VfB am Montag dann die Klasse halten. Also das wäre ja noch... Also ich erwarte definitiv ein Autokorso. Also auch wenn jemand hier ist, irgendwer wird ein Autokorso machen. Vom Stadion Richtung Schlossplatz. Also das wird groß gefeiert. Es wird Schals geben, es wird T-Shirts geben, es wird Fahnen geben. Sondertrikots fehlen mir noch. Da könnte man nochmal einen Aufklang starten. Ja, dann wird das erste Jakko-Trikot definitiv gedroppt. also ja, das haben sie drauf, also das muss man ja sagen. Also Marketing und Merchandising vom VfB, die haben es halt drauf, auch die kleinsten Selbstverständlichkeiten zu feiern, wie die allergrößte Errungenschaft. Also muss man ihnen lassen, weil das ist ihr Job, damit verdienen sie ihr Geld und die machen das wirklich gut. Man muss das halt mit einer gewissen Distanziertheit sehen, aber sie machen es halt gut, gar keine Frage. Ja, also ja, es ist, es bleibt halt ein übler Beigeschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut, keine Frage, wenn du dich da hinstellst und das Ganze vielleicht noch mit Humor verarbeitest, so wie es zum Beispiel Schalke 04 gemacht hat mit dem Saisonrückblick, der auf Twitter gepostet wurde, kann ich noch drüber schmunzeln, wenn sowas gemacht wird, aber wirklich diese Marketing-Kampagnen, die einfach keine Grenzen mehr kennen und wirklich nur noch darauf ausgelegt sind, so viel wie möglich aus jedem Scheiß Profit zu schlagen, ja, das geht einem so sehr auf den Sack und ich kann euch jetzt schon sagen, für alle, die nach Berlin fahren, genießt es, endlich mal wieder in einem Stadion zu sein, wo euch kein Verrückter 90 Minuten vor Spielbeginn anbrüllt, die ganze Zeit mit irgendeiner Scheiße, wo so eine komische Gruppe singt, ey, hier geht es nicht um meine persönlichen Vorlieben, wie ich jetzt die Fraktion finde oder so, aber so eine Scheiße regt mich einfach auf, ja, wenn die da vor der Kurve rumkaspern, die Leute sind bald durchgedrehten der Kanschau der Kurve, als der Sänger da immer wieder hingegangen ist, die haben den weggeschickt, das will kein Mensch, keiner will dieses Gejaule vor so einem Spiel hören, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand nach diesem Spiel gesagt hätte, Leute, wisst ihr, was mir wirklich gefehlt hat, dass die Fraktion 20 Minuten vorher nochmal das Lied singt, das hätte ich einfach gebraucht, um in Stimmung zu kommen, nee, das will keiner, keiner will irgendwelche Stadionsprecher, die irgendwelche blöden Nachrichten da vorlesen, die einen nicht interessieren und schon gar nicht will ich dieses Gedudel da immer in der Halbzeit hören und das alles bekommen wir jetzt am Montag gegen Union Berlin, es gibt keine Stadionmusik, es gibt keine Halbzeitshow, eine Vorspielshow, es gibt noch nicht mal eine Tormusik, das ist noch Fußball, wie wir ihn früher geliebt haben und es hat nichts mit Traditionalisten zu tun, denn ich könnte mich ja mit so einem Programm und mit so einem Merchandise-Gedöns irgendwie anfreunden, wenn es ein Stück weit cool wäre wenigstens, also man kann doch da mehr draus machen, als das, was nicht nur der VfB, sondern so viele andere Vereine auch in der Bundesliga da veranstalten und wenn ich schon wieder daran denke, da wäre ich schon wieder wütend, aber keine Sorge, ich werde mich jetzt hier nicht zu einem Run. Aber das ist genau das Ding, was mich auch echt so am allermeisten aufregt bei den Kanälen vom VfB, das ist halt irgendwie 0% Augenzwinkern, 0% Selbstkritik und so gibt, also so ein Video wie von Schalke, also jetzt zur Erklärung, Schalke 04 hat jetzt gestern, vorgestern, haben die auf Twitter und wahrscheinlich auch auf Facebook, ein Video gelauncht, das hieß, hier sind unsere Highlights der Saison 2018, 2019 und dann fängt das Video an zu spielen, dann ist es lange Zeit schwarz und dann kommen die Tore aus dem Sieg gegen Dortmund und dann ist es wieder schwarz. Und das ist halt großartig, weil die haben halt so eine gewisse Selbstironie und so ein Video traue ich dem VfB Stuttgart aktuell einfach nicht zu, weil dieses Augenzwinkern, dieses sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sich selbst ein bisschen auf die Schipp zu nehmen, das gibt es halt bei uns halt leider nicht und das finde ich halt ein bisschen schade, weil das würde dem Verein wirklich gut tun. Das einzige Format, muss man sagen, es gab ein Format, oder ja, es gab ein Format, das das gemacht hat, das war das Steig in den Ring, das wirklich großartig war, das lief jetzt über drei Saisons, glaube ich, und dieses Format wurde jetzt mit dieser Saison verabschiedet, das gibt es nicht mehr und das war das einzige Format, was der VfB Stuttgart hatte, was ein bisschen augenzwinkernd war, was sich so ein bisschen selbst auf die Schippe genommen hat, was ein bisschen sympathisch war, gibt es auch nicht mehr und insofern erwarte ich dann halt für die kommende Saison in welcher Liga auch immer das Schlimmste, also das passt halt irgendwie für mich auch nicht. Ja, also da würde mich natürlich auch interessieren, warum man das Format einstellt, liegt es an den Spielern, die keinen Bock darauf haben oder sagt der Verein, nee, wir kommen da nicht gut weg, weil ich fand das eigentlich auch hervorragend, das lief auch manchmal, ja, vor Filmen in Kinos habe ich das gesehen und das war eigentlich auch okay, cool. Ja, das war total sympathisch und wir haben es irgendwann mal letzte Saison dann geguckt, irgendwie steig in den Ring, irgendwie weiß ich gar nicht warum, ich habe es halt nicht auf dem Handy geguckt, sondern ausnahmsweise mal irgendwie auf dem Fernseher und dann hat meine Frau mitgeguckt, die hat irgendwie, ich meine, der ist der VfB, völlig egal und sie meinte, oh, das ist ja total cool und sie meinte irgendwie, hey, der, der das macht, der sollte doch irgendwie die ganze Kommunikation für einen VfB machen, weil es irgendwie total augenzwinkern und witzig und sympathisch ist und alles andere ist halt irgendwie weder sympathisch noch augenzwinkern noch witzig, ja gut, also es ist wie es ist, mal gucken, wie es weitergeht, aber tatsächlich ist es dann auch eine Chance, wenn man die Liga nicht halten sollte, weil man dann, wenn man gegen Sandhausen und sonst wen spielt, dann kann man halt nicht so auftreten wie jetzt, also mal abwarten, aber da gibt es noch Luft nach oben, gar keine Frage. Lustiger wird es wahrscheinlich nicht, eins möchte ich noch, nein, leider nicht. Eins möchte ich noch ganz kurz ansprechen, bevor wir dann endlich zum Spiel kommen an sich und zwar gab es ja den Fanmarsch vor dem Spiel gegen Union Berlin und da gab es einen Vorfall, den ich ganz kurz noch thematisieren möchte und zwar, ich nenne ihn den Krankenwagenvorfall. Ja, da bin ich voll im Bild. Oh, ehrlich jetzt? Ja, total. Dann referiere du, weil ich kenne nur den Artikel von der Stuttgarter Zeitung. Ja, pass auf und da muss man mittlerweile echt aufpassen. Ich habe den Artikel in der Stuttgarter Zeitung gelesen und es war so, es sind vom Cannstatter Bahnhof zum Stadion marschiert, da war eine Zahl, ich weiß nicht, 1.500 Leute oder so und dann gab es wohl einen Notfall in Cannstatt und ein Krankenwagen musste diesen Fernzug durchqueren und das hat laut Polizeibericht nicht so wahnsinnig gut geklappt und ich habe einen Bericht in den Stuttgarter Nachrichten gelesen und habe dann dort gelesen, der Krankenwagen wollte durchfahren, die Fans haben den Krankenwagen nicht durchgelassen, eine Rettungsassistentin musste aussteigen, wurde beschimpft, Flaschen flogen und ich schrieb dann auf Twitter, wenn ihr das nächste Mal zur Karawane geht, nehmt bitte euer Gehirn mit, weil ich dachte, irgendwie, das kann doch nicht sein, also so einen Krankenwagen, den muss man ja durchlassen und habe daraufhin relativ viele Antworten auf Twitter bekommen, alle total nett und informativ und die haben geschrieben, ja, sie waren in der Nähe und haben die Situation gesehen und es war mitnichten so, wie es da stand und wenn man da mal nachliest, dann stellt man fest, dass der Bericht bei den Stuttgarter Zeitungen eine 1 zu 1 Kopie des Polizeiberichts ist, ne, und da muss man ja schon mal ein bisschen aufpassen, also, weil die Polizeiberichte sind halt auch nicht unbedingt immer die Wahrheit und es war wohl so, es gab irgendwie einen Bus, der durch wollte, der hatte wohl wirklich Schwierigkeiten und dann gab es auch einen Krankenwagen, der durch wollte, der hatte auch Schwierigkeiten, aber der hatte nicht Schwierigkeiten, weil die Fans, solche Arschlöcher, waren nicht an die Seite gegangen, sondern es war halt einfach eng und da waren halt wahnsinnig viele Leute und die Leute gingen an die Seite und es war trotzdem immer noch eng, weil einfach zu wenig Platz war und der Krankenwagen hatte wohl eine Gasse, um durchzufahren, aber die Fahrerin oder der Fahrer hat sich wohl nicht so richtig getraut und deswegen stieg der Beifahrer oder die Beifahrerin aus und war auch nicht besonders freundlich gegenüber den Fans, die da standen und hat irgendwie auch ein bisschen geschimpft, ja, aber also, es war wohl alles nicht so schlimm, wie es der Polizeibericht schildert und wie ich jetzt aus mehreren Berichten gelesen habe, flogen auch keine Flaschen und es wurde auch nichts beschädigt und es war halt alles nicht so wirklich so wild, wie es der Polizeibericht glauben machen mag, den dann die Zeitungen irgendwie, warum auch immer, eins zu eins abgeschrieben haben. Ja, warum mir der Artikel negativ aufgefallen ist, lag jetzt nicht so sehr daran, dass es da wohl Probleme gab zwischen Fans und diesem Krankenwagen. Natürlich, wenn das so gewesen wäre, wie es im Artikel beschrieben wurde, dann würde ich das natürlich auch nicht begrüßen, aber ich fand auch die Art und Weise, wie der Artikel verfasst war, etwas entlarvend und zwar war der Autor Wolf-Dieter Obst, der diesen Artikel geschrieben hat und er hat diesen Artikel auch schon überschrieben mit VfB-Fans Pöbeln gegen Sanitäterinnen. Das ist natürlich dann schon relativ, ja, konkret, möchte ich mal sagen und nur mal so ein Auszug aus diesem Artikel. Mehrere Teilnehmer des Fanmarsches sollen der Fahrerin den ausgestreckten Mittelfinger entgegengehalten haben, die Stimmung der Ultras und das ist für mich jetzt eigentlich der entscheidende Satz, die Stimmung der Ultras war ohnehin kampfeslustig. Vorneweg wurde auf einem Transparent der Rücktritt des Vereinspräsidenten gefordert mit dem Slogan Dietrich raus. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Herr Obst, hackt's eigentlich oder was? Warum ist man denn kampfeslustig, wenn man ein Transparent trägt, auf dem steht Dietrich raus? Also, also ich weiß nicht, da habe ich gar nicht so genau lesen, also da hat er das echt miteinander verknüpft, also jemand, der einen Transparent trägt, der auf dem Dietrich raussteht, der schmeißt auch Bierflaschen gegen den Sankenwagen. Das ist natürlich ganz großartig. Kampfeslustige Ultras. Sehr gut. So und dann war für mich eigentlich schon so ein bisschen so der Bullshit-Detektor voll am Ausschlagen und ich habe dann, ich weiß nicht, ob es eure Retweets von Advertical Pass waren, aber ich habe das dann auch gelesen, dass Leute sich dazu geäußert haben und gesagt haben, der Stinkefinger wurde gezeigt, aber es lag hauptsächlich daran, dass dieses Martin-Sound so laut war, dass halt viele Leute sich davon belästigt fühlten. Und es ist natürlich klar, die müssen ja irgendwie auf sich aufmerksam machen, aber dass da unter Umständen Betrunkene, ja, ich möchte es nicht entschuldigen, aber man muss es halt einfach mal dann vielleicht auch nachvollziehen können, Betrunkene Jugendliche etwas genervt davon sind, wenn mehrere Minuten lang so ein Martinshorn ins Ohr bläst, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, was ich natürlich überhaupt, oder für was ich kein Verständnis habe, sind zum Beispiel Flaschenwürfe oder Beleidigungen, das darf es halt dann nicht geben. Genau, aber so wie es scheint, gab es die halt auch wirklich nicht. Also ich kann es auch null nachvollziehen, wenn jemand den Weg eines Rettungswagens versperrt, aber so wie jetzt echt viele Augenzeugen uns geschrieben haben, war das nicht der Fall. Die Leute sind so an die Seite gegangen, wie es ging, es war genug Platz und der Fahrer oder die Fahrerin des Rettungswagens hat sich dann irgendwie nicht getraut, durch die dann doch schmale, aber ausreichende Gasse durchzufahren und deswegen stieg noch jemand aus, der auch nicht gerade besonders freundlich war. Ja, ich meine, klar, da gibt es halt auch Spannungen, keine Frage, aber daraus halt dann so einen Bericht zu schreiben, ist dann halt schon äußerst vermessen, finde ich. Weil das klingt ja schon, dass irgendwie Dietrich-Gegner marodieren durch die Kranstädter Innenstadt und das war halt absolut nicht der Fall. Also man hört ja auch, die haben sich halt nicht zu Schulden kommen lassen. Und ganz grundsätzlich finde ich es halt äußerst fragwürdig, wenn Zeitungen einen Polizeibericht nehmen und den eins zu eins abschreiben. Also das haben wir jetzt in den letzten Jahren wiederholt gesehen, also sei es irgendwie Schorndorf, wo irgendwie von marodierenden Flüchtlingen die Rede war, was halt irgendwie null Prozent gestimmt hat. Ja, das ist halt auch dann Pressepflicht, das mal hin zu hinterfragen und Augenzeugen dann irgendwie mal zu fragen, wie es denn wirklich war und nicht einfach den Polizeibericht zu nehmen und den halt irgendwie eins zu eins abzuschreiben. Das geht halt nicht. Das ist nicht gut. Und was ich auch noch dazu sagen will, ich habe natürlich Verständnis für die Herrschaften, die im Krankenwagen sitzen. Die wissen nicht, was erwartet sie am Unfallort. Ich habe jetzt mitbekommen, ein Radfahrer wäre gestürzt, da ist dann wirklich auch immer mit schlimmen Verletzungen zu rechnen und sie kommen vielleicht nicht durch und dass man dann nervös wird, weil es geht unter Umständen um Leben und Tod, kann ich verstehen. Deswegen habe ich auch vollstes Verständnis für möglicherweise ausfallende Äußerungen der Krankenwagenbesatzung, die natürlich dann vielleicht schon schreien, ihr Idioten, macht jetzt mal Platz oder so. Ich kann das nachvollziehen. Es geht hier, oder was ich mich aufrege, ist hauptsächlich der Artikel, der Bericht der Polizei, aber ja, lass mal einfach mal so stehen. Du kannst halt, nein, du darfst halt einfach nicht einen Polizeibericht nehmen, das ist wirklich eins zu eins. Und wenn du in der Zeitung dann eins zu eins den Polizeibericht liest, das geht halt nicht. Also das wissen seit ein paar Jahren, du musst das halt auch hinterfragen, weil es stimmt halt oft nicht einfach. Und du musst halt dann wirklich vielleicht auch mal die Gegenseite befragen und in dem Fall war es ja auch so und man kann glaube ich festhalten, es war nicht so schlimm, wie es im Polizeibericht steht und es war nicht so schlimm, wie es in der Zeitung steht. Die Leute haben Platz gemacht, es gab nicht genug Platz, um halt so viel Platz zu machen, dass der Krankenwagen da mit 80 kmh eventuell durchrasen kann, sondern man musste halt ein bisschen gucken, es lag viel Glas rum und es war sicherlich nicht einfach und die Krankenwagen oder Rettungswagenbesatzung war gestresst und die Fans waren gestresst, weil denen das Martin ins Horn irgendwie gellend ins Ohr halte. Ja, es war nicht optimal, aber es war halt auch bei weitem nicht so schlimm, wie es irgendwo stand dann. So, nach 30 Minuten kommen wir jetzt zum Spiel. Ich weiß noch, dass ich... 45 Minuten machen, ne? Genau, 45 Minuten. Muss man ja kurz sagen, weil eigentlich, nein, eigentlich wollten wir nicht das Pokalfinale gucken. Ich habe auch keine Ahnung, wie es steht und mir ist es auch völlig egal und ich finde es total cool, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen, statt uns den Scheiß anzugucken. Du, pass mal auf, das ist ja eine hervorragende Überleitung. Natürlich wissen wir, wie steht 2 zu 1, wir sind Pokalsieger. Gut, dass du das Thema vorziehen möchtest, dann schieben wir noch kurz. Pokalfinale war am Freitagabend, oder? Genau, wir schieben noch kurz das Spiel gegen Union und sprechen erstmal über die tolle Nachricht, die uns die U19 beschert hat, denn der VfB ist nach 18 Jahren endlich mal wieder Pokalsieger der Junioren geworden. Sebastian, 2 zu 1 gegen RB Leipzig, da hat sich einfach Tradition durchgesetzt, würde ich sagen, mit zwei tollen Toren von Lilian Eckloff, der die Leipziger auch noch so richtig gedemütigt hat, weil er ist erst 16. Also im Endeffekt haben wir jetzt hier mit einer jüngeren Mannschaft die erfahrenere Mannschaft geschlagen. Das ist natürlich Quatsch, aber es ist auf jeden Fall ein großer Erfolg für den VfB, zum dritten Mal in der Geschichte dieses Pokals selbigen überreicht zu bekommen. Und ganz ehrlich, es hat mir richtig gut getan, nach diesen ganzen negativen Meldungen zuletzt, war das einfach mal toll, Fußball zu gucken, guten Fußball zu gucken, das muss man sowieso nochmal herausstellen. Die U19 spielt wirklich einen grandiosen Fußball, das hat man hauptsächlich jetzt für mich erstmal bei den Halbfinals feststellen dürfen, weil ich zu selten U19-Spiele vor Ort geschaut habe. Aber ich freue mich jetzt wahnsinnig auf das Finalspiel und ja, eigentlich soll es ums Pokalspiel hier gehen, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Ja, total. Also gerade nachdem uns die Profis halt nicht so viel Spaß machen, gerade ist die U19 halt echt so ein Pflaster auf unsere gepeinigte Seele. Also spielen Pokalfinale, gewinnen in Berlin gegen RB Leipzig, spielen dann morgen in einer Woche in Großaspach das Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen Dortmund. Und ich glaube, es gibt noch Karten, also kommt alle hin. 2. Juni, Großaspach, die Mechatronik Arena. Ich glaube, Block H ist mittlerweile völlig ausgebucht, weil da glaube ich alle sind, die uns auf Twitter irgendwie... Block H ist ausgebucht, aber ich habe heute nochmal geguckt, also 10.001 ist die Kapazität, die offizielle, der Mechatronik Arena. Und ich würde vorschlagen, macht das voll. Die U19 vom VfB spielt, um die Deutsche Meisterschaft gegen Dortmund. Und gestern haben sie den Pokal klargemacht, sie könnten das Double machen. Und ja, wir müssen die auf jeden Fall unterstützen, wie wir nur können. Und also, du bist in Großaspach, ich bin in Großaspach, ganz viele andere Torleute sind in Großaspach, das kriegen wir irgendwie gemeinsam hin. Es gibt Aufkleber und Bier und vielleicht auch noch die ein oder andere Aktion. Wollen wir mal gucken, da sind wir gerade am Plan. Absolut, also Blockfahnen, Choreos, Pyro, es wird alles geben. Oh Gott, sag das bloß nicht. Das wird die Deutsche Meisterschaft und dann gibt es das Double für die U19. Nee, es ist großartig. Also, muss man auch mal festhalten, das ist halt eigentlich das Team von Nico Willig, der jetzt halt an seinen Co-Trainer übergeben musste. Aber Nico Willig hat das Team halt die ganze Saison begleitet und das ist halt eine Kombination aus U17-Spielern, die er mit hochgezogen hat und U19-Spielern. Also eine relativ junge Truppe, da ist der Dayaku dabei, da ist der Aydonis dabei, die halt kurz mal unter Weinziel an der A-Mannschaft geschnüffelt haben. Aber da gibt es halt echt ganz, ganz vielversprechende Spieler, also sei es dann, ah, wen gibt es denn noch? Per-Per-Lockel, also da, 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 und... Eric Hotman ist noch jemand, ja. Ja, genau, der Eric Hotman, also alles auch Spieler, die wir dann im Januar beim Mercedes-Benz Junior Cup in der Halle gesehen haben. Also das ist eine relativ coole Truppe und ich erwarte in der nächsten Saison dann, ja, die dann irgendwie neu gestartet wird, in welcher Liga auch immer, unter Thomas Hitzelsberger und seinem neuen Staff dann halt, dass da auch einige aus der U19 halt dann irgendwie größere Chancen haben, in die A-Mannschaft zu kommen, weil da sind echt ein paar coole Leute dabei. Und es gibt ja noch einen dritten Titel, den die Jungs gewinnen können, und zwar am 7.6. den, ähm, WFV-Pokal. Den gibt es ja auch noch. Da spielen sie gegen U19. Ja, das ist dann das Triple sogar. Und wo? Äh, also, sie haben auf jeden Fall Heimrecht. Ich weiß jetzt nicht, wo das Spiel dann stattfinden wird. Auf der Waldau vielleicht sogar, oder? Äh, kann ich das so kurzfristig herausfinden? Wahrscheinlich nicht. Du, du, du redest doch nicht. Ich, 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 ich google. Okay, du google. Ach, ich hab's schon. Ah, scheiße. Das ist das Strutzstadion. Wo ist das denn? Wo? Was? Das Strutzstadion. Strutz? Ja, und zwar in Ebersbach. Ebersbach an der Filz. Str, UTS, äh, ne, Moment. Str, UTS. Str ist immer gut, oder? Ja, ist immer gut. Str, also Strutstadion. Strutstadion. Ich weiß nicht, was das für ein Stadion ist. Aber auf jeden Fall steht das in Ebersbach. Hat Flutlicht, Kiosk, Vereinsheim und eine Laufbahn. Sehe ich ja gerade. Na gut, das ist Ebersbach an der Filz. Dann ist es ja auch jetzt nicht so weit weg. Also, das ist, äh. Ja, siehst du, äh. Aber, das Trippel dann rund. Ja, Trippel, ja, total gut. Also, ne, also, das, äh, ja, muss man schon sagen, ne? Nachdem uns die Profis irgendwie diese Saison doch relativ enttäuschen, muss man, äh, dann einfach mal dem, 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 dem Nachwuchs und den Amateuren und überhaupt dann einfach mal eine Chance geben. Also, und die U19 diese Saison wirklich überragend, ne? Also, äh, Pokal haben sie gewonnen, ähm, sind im Finale zur Deutschen Meisterschaft und im Finale zum BFV-Pokal. Also, da, da geht noch was. Ja, so kann man es sagen. Also, ihr merkt das übrigens gerade. Wir drücken uns so ein bisschen um das Spiel. Dabei war es gar nicht so schlecht. So, aber jetzt kommen wir wirklich mal zum Spiel. So. Okay. VfB gegen Union Berlin. Also, das Erste, was mir aufgefallen ist, war, dass Nico Willig mit seinem ehemals U19-System aufgelaufen ist, nämlich mit diesem 4-2-2-2, von dem wir ja auch schon, ähm, als er hier bekannt gegeben wurde als neuer Trainer gesprochen haben. Ähm, sprich, er hat hinten mit einer Viererkette gespielt, dann mit zwei Achtern, Schrägstrich Sechtern, Sechtern, und zwar mit Gonzales, Quatsch, nicht Gonzales, Castro und Gentner. Davor dann mit den zwei Zehnern, nenne ich sie jetzt mal, Akolo und die Davi. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wie sich das dann allerdings dargestellt hat. Und ganz vorne hat er halt dann mit Donis und Gonzales die zwei Stürmer gehabt, die sich dann aber nach außen abkippen, wenn eben, ja, nach vorne hin Druck erzeugt werden soll. So möchte ich es mal umschreiben. Und, äh, was mir aufgefallen ist, war, dass Daniel Didavi sich eher rechts gehalten hat und Akolo etwas zentraler gespielt hat, aber das war alles sehr fluide. Also, das ist auch das, was Willig damals bei der U19 gemacht hat, dass das jetzt nicht standardisiert war. Äh, Didavi bleibt rechts und fertig. Nein, Niko Willig hat von seinen, ich sag mal jetzt so, Kreativspielern schon gefordert, dass sie da sich immer wieder abwechseln. Und er hat das dann auch an der Linie oft eingefordert von Daniel Didavi, dass er mal in die Zentrale rutscht, Akolo dann auf rechts rausgeht. Aber so richtig hat es nicht funktioniert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, an was es lag, aber zum einen fand ich, dass Akolo nie 100% in die Partie gefunden hat. Es war keine schlechte Partie von ihm, ganz im Gegenteil. Ich fand zum Beispiel, dass er bei vielen Beikontakten ähnlich viel Ruhe ausgestrahlt hat, wie schon gegen Wolfsburg, aber es war längst nicht so gut wie gegen Wolfsburg. Und Daniel Didavi hatte auch nicht seinen besten Tag, muss man sagen, wurde auch zur Halbzeit ausgewechselt. Wahrscheinlich waren da allerdings auch Verletzungsprobleme mit einem Grund. Ja, das mal so als taktische Einordnung. Sebastian, wie warst du zufrieden mit der Aufstellung? Du hast ja vorhin schon kurz erwähnt, dass es vielleicht etwas zu zurückhaltend war. Ja, das war so die große Frage, die sich mir nach Abpfiff gestellt hat. Also wir hatten es ja schon angesprochen, wie intensiv die Stimmung war, ums Stadion rum und dann auch tatsächlich im Stadion. Zehn Minuten vor Anpfiff, beim Anpfiff, zehn Minuten nach Anpfiff. Ja, denn die Cannstatter-Kurve war ja so laut wie selten. Also es war echt richtig, richtig Stimmung. Und ich finde, man hat auch gemerkt, so die ersten 15 Minuten war Union Berlin beeindruckt. Ich weiß jetzt nicht, ob von der Stimmung oder von der Intensität, die der VfB an den Tag gelegt hat, aber die ersten 15 Minuten hatte Union Berlin jetzt wirklich relativ wenig Aktien in dem Spiel. Man hat gemerkt, die müssen sich erst mal justieren. Und ich habe mich so im Nachhinein gefragt, wäre das nicht die Phase gewesen, wo der VfB hätte mehr Risiko nehmen müssen, um früh ein Tor zu erzielen. Und ich hatte so nach dem Spiel, nach so ein bisschen Reflektieren, habe ich mir überlegt, also es erschien fast so, als ob die Taktik vom VfB war, wir kassieren kein Gegentor, wir gehen zur Not auch mit 0 zu 0 aus dem Spiel. Hauptsache kein Gegentor kassieren. Aber es war jetzt irgendwie nicht so die Taktik, dass man sagt, hey, wir brauchen auf jeden Fall ein Tor und wir gehen von Anfang an voll drauf und gehen Risiko, wie man es halt so gegen Gladbach und ein Stück weit auch gegen Wolfsburg hatte. Und da habe ich mich am Ende gefragt, hat man in den ersten 15 Minuten irgendwie Chancen liegen lassen? Also ich habe es so gesehen, dass Nico Willig schon relativ offensiv spielen lassen wollte. Der wollte die rechte Seite so ein bisschen überlagern mit Pavard, der sich auch immer mit nach vorne, relativ weit mit nach vorne eingeschalten hat. Ja, absolut, ja. Donis, der sowieso über die rechte Seite richtig Dampf gemacht hat, auch kein schlechtes Spiel gemacht hat aus meiner Sicht. Aber was der Idee von Nico Willig ein bisschen den Zahn gezogen hat, war wieder mal das Selbstvertrauen der Mannschaft. Das war zumindest mein Eindruck. Denn Union hatte so nach 20, 25 Minuten zum ersten Mal auch Offensivaktionen und dann waren es eben diese zwei Berliner Chancen, die den VfB irgendwie wieder verunsichert haben. Also das war richtig spürbar. Ich kann mich an diese eine Chance erinnern, in der 21. Minute, als die Davi, damit ging es eigentlich los, die Davi einen Ball bekommt, also aus der eigenen, oder aus dem eigenen Abwehrdrittel, muss man sagen, bekommt er den Ball und schlägt den einfach nur planlos nach vorne. Er hat eigentlich überhaupt keinen Gegenspieler zu dem Zeitpunkt, die sind noch relativ weit weg. Er schlägt das Ding einfach planlos nach vorne. Das war schon das erste Mal, wo ich so dachte, Mensch, nimm doch den Ball an, du bist doch technisch so gut, dass du dann trotzdem noch schnell agieren kannst und dich umgucken kannst, wen nehme ich jetzt mit oder kann ich selber gehen? Es gab ja auch schon ein paar Räume, vor allen Dingen im Zentrum der Unioner. Also es hat ja unter anderem dann auch Mario Gommi später unter Beweis gestellt. Aber nein, einfach planlos nach vorne schlagen. Dann braucht Insua danach enorm lang, bis er kapiert, dass Abdullai jetzt vielleicht nicht hier versucht, gerade irgendwie einen langen Zweikampf zu führen. Nee, der wird seine Schnelligkeit einsetzen, aber das konnte Insua offensichtlich nicht ahnen und hat sich dann da relativ, ja, dilettantisch, muss ich fast schon sagen, angestellt. Abdullai zieht zum Sprint an und dann im Zentrum ist mir wieder auch was aufgefallen, was ich auch ganz merkwürdig fand, dass man fast schon mit so einer gewissen Überheblichkeit solche Chancen verteidigt hat, weil ich kann mich erinnern, dass diese Chance dadurch geklärt wurde, dass Kabak, ich muss gerade das nochmal vom geistigen Auge hervorrufen, dass Kabak kurz vor Andersson geklärt hat, beziehungsweise Andersson noch so gestört hat und Kempf zuvor eigentlich an den Ball hätte kommen können, aber nicht den Fuß ausgefahren hat, um keinen Eckball zu verursachen. Was will ich mit der ganzen Geschichte jetzt erklären? Das ist, dass man sich selber in so eine Situation gebracht hat, in der man den Gegner stark macht, den Selbstvertrauen einhaucht durch einfache Fehler. Also wenn die Davi sich den Ball da wirklich ordentlich runterholt, kurz verarbeitet, dann glaube ich nicht, dass der VfB in so einen Konter läuft und auf der anderen Seite kann es halt auch nicht sein, dass sich Kempf darauf verlässt, dass in der Mitte noch irgendjemand dann klären wird vom VfB, wenn er sieht, er kann jetzt hier den Ball zur Ecke klären, dann muss er das machen. Und das Risiko ist einfach viel zu groß, dass hinter ihm noch ein Mitspieler oder ein Gegenspieler praktisch mitgelaufen ist und dann das Tor erzielt. Und das sind so Nachlässigkeiten gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat schon wieder was mit der Mannschaft gemacht. Und wie gesagt, nach diesen zwei Chancen, die es gab für Union nach 25 Minuten, wirkte die Mannschaft auch so ein bisschen verunsichert und nicht mehr ganz so risikobereit. Also das ist das, was mir aufgefallen ist. Ja, und da weiß ich halt nicht. Also wie tickt die Mannschaft? Und ich hatte auch zu meinem Nebenmann im Blog dann gesagt, mir wären 0 zu 0 lieber als ein 2 zu 1 Sieg. Weil mit einem 2 zu 1 Sieg fährst du nach Berlin und sagst, ja, wir müssen halt nur unentschieden spielen. Und du spielst nie im Leben unentschieden. Und wenn du mit einem 0 zu 0 hinfährst, dann weißt du, hey, okay, wir müssen irgendwie noch ein Tor schießen. Und insofern bin ich jetzt nach dem 2 zu 2 auch jetzt nicht ganz so pessimistisch eingestellt wie viele andere. Ja, aber wie du sagst, also das ist schwierig. Aber diese grundsätzliche Überheblichkeit oder unvertretliche Souveränität. Unkonzentriert sind die. Und was hat Nico Willig gesagt? Sein berühmter Sprung ist immer online sein. Und das fehlt immer ein Stück weit. Das waren sie unter seiner Ägide in den Heimspielen bisher. Aber gegen Union Berlin waren sie nicht immer online. Aber immer heißt halt immer. Vor allem, sie waren halt nach dem 1 zu 0, wo wir auf den Rängen sitzen und noch feiern, da feiern die genauso. Und während sie sich die Eier schaukeln, fällt das 1 zu 1 zu. Da waren sie halt definitiv nicht online. Also das Tor darf halt niemand fallen. Und das 1 zu 2 oder das 2 zu 2 darf auch niemals fallen. Also nach einer Ecke, das geht halt nicht. Und das ist halt so brutal ärgerlich. Aber das charakterisiert den VfB in der Saison auch perfekt an. Wenn ich nochmal das mit diesem Online-Sein aufgreifen darf. Im Endeffekt waren die so ähnlich online wie die Netzabdeckung der Telekom auf der Alb, kannst du sagen. Also es war wirklich immer so, dass du gemerkt hast, die haben diese Qualität. Wenn sie voll konzentriert bei der Sache sind, dann bringen die ja wirklich was auf den Platz. Aber dann gab es halt immer wieder diese Aussetzer von einzelnen Spielern. Und das schaukelt sich aber dann hoch. Es sind einfach zu viele individuelle Fehler, als dass die Mannschaft im Allgemeinen das dann noch kompensieren kann. Also du musst zu viele einzelne Spieler abstützen, beziehungsweise individuelle Fehler ausbügeln, um dann am Ende doch noch erfolgreich zu sein, selbst gegen eine okay spielende Mannschaft. Das war für mich jetzt nicht herausragend, was Union Berlin da gespielt hat. Also es war jetzt ja wirklich nicht so, dass man hier nicht das Spiel hätte gewinnen können. Sondern man hat dem Gegner das Ganze doch mehr oder weniger auf dem Silbertablett serviert, dieses 2 zu 2. Und die haben es natürlich angenommen. Ich möchte auch noch ganz... Ja gut, aber andererseits, wenn ich kurz einhacken darf. Gerne. Wenn du jetzt einem Fußballfan aus einem Land das Spiel zeigst und dieser Fußballfan aus diesem Land hat noch nie ein Bundesliga- oder Zweitligaspiel gesehen und du zeigst ihm diese Relegation und sagst ihm, hey, da spielt ein Erstligist gegen einen Zweitligisten. Und du sagst mir jetzt, wer ist der Erstligist und wer ist der Zweitligist, dann glaube ich, er sagt dir, Union Berlin ist der Erstligist. Also, ich glaube, man hat... Aber ich meine, der VfB, also jetzt mal von den Toren abgesehen, welche Chancen hatten wir? Und jetzt das Gommes-Tor ist halt eine riesen Glücksgeschichte. Er schießt halt dem Friedrich ins Gesicht und der lenkt ihn halt irgendwie rein. Also, wir hatten außer diesen zwei Toren echt wenig Chancen. Also, Donis in der Anfangsphase vielleicht noch, aber es gab halt nicht viel mehr. Und jetzt guckt ihr Union Berlin an, die hatten halt in der Endphase, in den letzten zehn Minuten, hatten ja halt echt noch zwei richtig, richtig gute Chancen, noch zwei Buden zu machen. Ich würde es deswegen so ein bisschen... Also, ich würde den VfB deswegen eher als Erstligisten ausmachen, glaube ich zumindest, weil halt Donis mit seiner Klasse einfach wirklich heraussticht in dieser Mannschaft. Ja, aber wie oft hat er die gezeigt? Einmal, oder? Ja, er hat das vor dem 1-0 gemacht, genau. Aber er hat immer mal wieder so Aktionen gehabt, auch gerade diese Chance, die er in der ersten Halbzeit zu Beginn hatte. Das ist halt grandios, wie er da die zwei Spieler aussteigen lässt. Natürlich ist das grandios, gar keine Frage. Es reicht nicht, es reicht letzten Endes immer noch nicht, um zu sagen, Mensch, das ist ja deutlich das bessere Team, da gebe ich dir schon recht. Aber so, an sich erkennst du schon, dass du die individuell besseren Fußballer hast. Also, ich würde sagen, der VfB hat die besseren Fußballer, aber Union hat die bessere Mannschaft. Das ist halt das Problem. Ja, aber jetzt nimmt er das Spiel und zeigt das jemandem, der beide Mannschaften nicht kennt, und fragt den, wer das Erstligist und wer das Zweistligist. Ich glaube, er würde sagen, Union ist der Erstligist, weil die hatten eine reifere Spielanlage, sie hatten bessere Chancen, sie haben hinten solider verteidigt, sie waren halt einfach besser. Und das ist das, was mich so fürs Rückspiel wirklich so ein bisschen erschreckt. Weil der VfB war nicht besser, sie waren halt schlechter. Es war ja nicht so, dass sie halt irgendwie ihre hochrichtigen Chancen vergeben haben. Nee, sie hatten keine außer den beiden. Also es gab halt keine richtigen Torchancen, während Union Berlin hatte halt noch zwei weitere. Und das macht mir so ein bisschen Angst. Vielleicht sagt der Fan aus dem Ausland auch, wieder spielt ein Erstligist mit? Das könnte natürlich auch sein. Also, dass die Relegation jetzt Zweit gegen Drittligist und wer jetzt jetzt Drittligist, nee, nee, keine Frage. Was mich aber auch noch verwundert hat, das muss ich auch noch kurz erwähnen, war, ja, immer wieder diese Halbfeldflanken. Das verstehe ich nicht, wenn ein Mario Gomez, also ich rede jetzt von der ersten Halbzeit, ein Mario Gomez nicht auf dem Platz steht. Warum agierst du da immer wieder mit Halbfeldflanken? Also, gerade in Suha über links, flankt den Ball immer wieder rein. Auch Gentner hat in der ersten Halbzeit so eine merkwürdige Flanke geschlagen, die an der Eckfahne landete. Oh ja. Ja, das sind so Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen. Du hast doch eigentlich mit Akolo und Donis Spieler, die du, ja, einfach so einsetzen musst, dass sie ihren Tempo-Vorteil ausspielen können. Ja, und eigentlich kann Nico Willig das mit seinem 4-2-2-2-2-System hervorragend umsetzen. Das hat er zumindest mit der U19 gezeigt, weil da hat er ja auch auf die Schnelligkeit gesetzt und das trotz dessen, dass der VfB meistens Ballbesitz hatte. Also, das war ja einfach die Qualität, die die U19 hatte. Klar, das System hat er inzwischen umgestellt und die U19 hat natürlich weiterhin Qualität, aber das war eine Mannschaft, die Pressing gespielt hat und trotzdem einen relativ hohen Ballbesitzanteil. Und es scheint fast so, als ob das die Profimannschaft nicht umsetzen kann, diese taktische Marschroute, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass Nico Willig, wie heißt er, Imihanu in Suha gesagt hat, Mensch, du musst regelmäßig flanken. Vor allen Dingen diese nutzlosen Halbfeldflanken, hau die immer wieder raus. Da steht zwar keiner vorne drin, aber immer wieder, im besten Fall schießt mal irgendwann jemand ein Eigentor. Das kann ja nicht der Plan sein. Also, schwierig. Schwierig, mit solchen Aktionen zu agieren. Wenn Gomez nicht spielt, ich gehe übrigens, das schicke ich schon vorweg, davon aus, dass Gomez in Berlin von Beginn an spielen wird, dann kann es sein, dass diese Halbfeldflanken zielführender sind, als das jetzt im Hinspiel der Fall war. Und eine Frage habe ich auch noch, die interessiert mich auch noch brennend. Und zwar gab es in der 16. Minute mal wieder einen Freistoß für den VfB. Gar nicht so schlechte Positionen. Es gab wieder der Versuch, ja, oder es gab einen Versuch eines Freistoßtricks. Den haben wir so ähnlich auch schon mal, glaube ich, gegen Gladbach gesehen. Wie beurteilst du diese Freistoßvarianten? Findest du das okay, dass der VfB da zumindest mal was probiert, auch wenn es schief geht? Oder sagst du, nee, das ist jetzt eigentlich zu wichtig, um solche Spirenzien da durchzuführen? Also, ich muss gestehen, ich habe jetzt die konkrete Situation nicht gesehen. Aber ich bin riesengroßer Fan von Freistoßvarianten. Also, wenn du mich fragst nach Freistoßvarianten, ich meine, ich bin ja schon relativ alt, und dann fällt mir spontan ein, WM 1994, USA, die Schweden. Und die hatten immer irgendwelche Freistoßvarianten. Das war so brillant. Und jeder Gegner ist drauf reingefallen. Die legen den Ball kurz zurück, spielen dann steil, dann kommt nochmal eine Flanke und dann steht einer frei. Also, ich finde, auch jetzt irgendwie gefühlt 50 Jahre später sind Freistoßvarianten immer eine total geile Sache, weil irgendwie jeder drauf reinfällt. Weil niemand Freistoßvarianten macht, sondern alle löffeln die Bälle irgendwie rein und insofern bin ich ganz persönlich großer Freund von irgendwelchen ganz verschrobenen Freistoßvarianten mit dreimal querspielen und dann reinlegen oder flach reinspielen und so, weil es funktioniert dann doch hin und wieder und dann ist es halt total cool. Ja, ich habe es in der Situation nicht gesehen. Aber ich bin großer Freund von Freistoßvarianten und sei es auch nur aus dem Grund, weil es uns Fans irgendwie dann deutlich macht, dass die im Training irgendwas einstudieren. Also, ich mag Freistoßvarianten. Ganz so komplex war die Freistoßvariante nicht. Also, muss ich leider Gottes sagen. Ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, du hast mit Kabak da jemanden, der enorm kopfballstark ist. Ja, natürlich. Kämpf auf. Und Gendner ist auch kopfballstark. Ja, der stand beim Freistoß. Insofern kannst du da dann wirklich rein... Okay, also du kannst natürlich wirklich auch reinlöffeln und darauf hoffen, dass irgendwer sie reinnickt. Aber ich mag Freistoßvarianten, also total gerne. Und ich habe auch bei unserem Interview beim Vertikalpass gelesen, Tim Walter ist auch ein Freund von kurzen Ecken. Also, ja, da kommt noch was. Gucken wir uns an dann in der kommenden Saison. So, dann kommen wir kurz zum 1-0, das Christian Gendner natürlich erzielt hat. Für ihn hat es mich natürlich schon so ein bisschen gefreut. Die Gerüchteküche brodelt ja angeblich... Der erste Saisontor nach der Saison, ne? Das stimmt. Der arme. Aber immerhin hat er noch eins geschossen. Aber ich wollte noch kurz vertiefen, die Gerüchteküche brodelt ja schon dann doch erheblich. Also, das heißt, dass Gendner und auch Andi Beck und wer war der Dritte im Brunnen, dessen Vertrag ausläuft? Entschuldigung, war Aogo. Genau. Alle drei werden wohl den Verein verlassen. Dann freut es mich doch noch, dass der Herr Gendner ein Tor geschossen hat. Ich hätte mir natürlich noch mehr gewünscht, dass er hier mit einem Sieg verabschiedet wird. Wenn es dann wirklich dazu kommt, muss man ja immer ein bisschen aufpassen, was der Flurfunk so sagt. Muss ja nicht alles zutreffen. Aber wie gesagt, das hat mich gefreut. Und natürlich hat mich gefreut, dass Tassus Donis seine hervorragenden Qualitäten vor diesem Treffer unter Beweis gestellt hat mit einem großartigen Tempo-Dribbling. Das war einfach, das war zum Zungenschneizen. Ich habe mir die Superzeitlupe von Eurosport bestimmt fünf, sechs Mal angeschaut. Nur um zu sehen, wie, ich glaube, Ken Reichelt da immer wieder ins Leere gegrätscht ist. Ja, genau. Und Tassus Donis hat halt die zehntel Sekunde, die er braucht, um sich den Ball noch vorbeizulegen. Aber ich möchte da auch erwähnen, dass das Zuspiel auf Gentner nicht wirklich gut ist. Also ich meine, klar, Donis, der läuft halt irgendwie eine komplette Außenlinie von unten nach oben durch und muss dann halt doch das Zuspiel machen. Aber das Zuspiel von ihm, das ist halt nicht wirklich exakt. Und Gentner muss halt wirklich diese Grätsche noch machen, die er macht, um den Ball noch zu erreichen. Er macht das halt ganz grandios. Also insofern dürfen wir die Leistung von Gentner und Christian Gentner jetzt beim Brauch nicht zu geringschätzen, weil er hat es echt gut gemacht und die Vorlage war nicht so ganz einfach, weil die kommt zu weit nach außen und er muss halt wirklich das lange Bein ausfahren, um den noch zu erwischen. Und er erwischt ihn dann gut und er macht das klasse. Also Props an Christian Gentner und an Tassus Donis in dieser Situation. Ja, absolut. Und ja, ich habe mich gerade hingesetzt, du wahrscheinlich auch, und dann musste ich mit Erschrecken feststellen, dass diese Führung nicht lange Bestand hatte. Das klammern wir kurz aus, ja. Denn Abdoulaye hat in der 43. Minute das 1-1 erzielt. Ganz schlechtes Stellungsspiel von Marc-Oliver Kempf. Ist man so von ihm eigentlich nicht gewohnt, kommt zu spät zum Kopfball gegen Andersson. Der leitet den Ball direkt weiter zu Abdoulaye, der dann den Ball technisch hervorragend mitnimmt. Das war stark gemacht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Insouar in dem Moment einfach ein bisschen konsequenter zu Werke gehen muss. Der wirkte etwas überfordert mit der technischen Finesse eines Abdoulaye. Ja, und der erzielt dann das 1-1, was sich irgendwie fast schon wie ein Rückstand auf einmal angefühlt hat. Ja, weil du das Gefühl hattest, Mensch, jetzt haben wir uns belohnt für eine relativ ausgeglichene erste Halbzeit, aber wir haben alles reingeworfen und haben dieses wichtige Tor vor der Halbzeit erzielt. Und dann kriegst du diesen, also für mich war es wirklich ein Nackenschlag, so direkt nach dem Nackenschlag. Absolut, klar. Wir standen ja auch und haben uns gefreut über das Tor von Gensner. Du klebst deinen Hintern gerade wieder auf dem Sessel und dann fällt der Ausgleich halt. Und du denkst dir, hey, what the fuck, was ist da passiert? Wie geht das halt? Anstoß und dann zwei Pässe. Ist der Scheißball im Netz? Wie kann denn das sein? Und es war ja auch irgendwie alles so unscheinbar aus. Auch in der Wiederholung sieht es total unscheinbar aus. Ein langer Ball, Kämpf irgendwie schlecht im Zweikampf, dann kommt er zu Abdullahi und in Suha stellt sich irgendwie nicht so ganz geschickt an, dann ist das Ding halt drin und Zieler kann nichts machen. Und echt so ein Kacktor. Also gut gemacht von den Berlinern, aber ja, das darf halt auch nie so fallen. Und ja, das war dann, denke ich halt auch, so ein leichter Spannungsabfall. Der Stuttgarter nach dem Erlösen in 1 zu 0, wo es halt dann nicht so ganz auf der Höhe ist, und dann fangen sie sich rein. Das kannst du ja in der Relegation halt nicht leisten einfach. Ja, da ist wieder die alte Fußballerweisheit zum Tragen gekommen. Wenn du drei Zweikämpfe in Folge verlierst, dann entsteht meistens eine Chance. Und im Endeffekt war das so. Also es gibt die Möglichkeiten, das zu verhindern. Nur, ja, wir haben solche Fehler leider Gottes zu oft gemacht in der Saison. Das war das 71. Gegentor. Das muss man sich echt mal vorstellen. Und wenn man das Pokalspiel jetzt noch mitzählt, dann war das das 73. Gegentor in 36 Spielen. Das ist schon richtig heftig. Ja, also das, äh, puh. Gut, sei es drum. Was ich noch kurz erwähnen wollte, bevor ich auf das Gomez-Tor zu sprechen komme, denn ich habe was beobachtet, das habe ich ja vorhin schon angekündigt, dass ich ja immer meine Augen dann durchs Weite rundschweifen lasse, um irgendwas mitzubekommen, was ich wahnsinnig interessant fand. Und ich fand beeindruckend, wie die komplette Bank bei jeder Aktion mitgegangen ist. Insbesondere natürlich Jens Krahl, der ist ja überhaupt nicht mehr zum Halten. Und auch Mario Gomez, der beim Tor von Gentner auch komplett die, weiß ich nicht, 50 Meter bis zur Eckfahne zurückgelegt hat, um mitzufeiern. Und dann ist mir noch aufgefallen, als Nico Willig seine Ersatzbank, wie immer 25 Minuten nach Beginn der ersten Halbzeit, zum Anschwitzen schickt, hat Mario Gomez nicht einmal den Blick vom Spielfeld abgewandt. Er ist sogar rückwärts gelaufen, um weitergucken zu können, was da auf dem Spielfeld passiert. Er hat jede Aktion, wirklich jede Aktion, und wenn es nur einfach ein leichtes Ablaufen war, mit Applaus quittiert und hat immer wieder versucht, seine Mitspieler zu motivieren. Das war für mich wirklich mal wieder beeindruckend, was Mario Gomez da von außen beisteuert und beisteuert für die Mannschaft. Es ist einfach jemand, also der ringt mir so viel Respekt ab. Nicht zuletzt auch die Interviews, die er jetzt diese Woche gegeben hat, wo er auch kundgetan hat, dass er Michael Reschke gebeten hat, dass man noch einen weiteren Stürmer verpflichtet, dass er sozusagen noch mal ein bisschen gekitzelt wird. Die Ehrlichkeit, wie er seine eigene Situation, seine eigene Karriere einschätzt. Also Mario Gomez ist schon eine außergewöhnliche Persönlichkeit hier beim VfB Stuttgart. Und ich habe schon so ein bisschen die Befürchtung, dass wir davon nicht mehr allzu lange zehren dürfen. Ich bin mal gespannt, ob er seinen Vertrag bis vor 20 erfüllt. Viel mehr wird dann, glaube ich, nicht mehr kommen von ihm. Das wollte ich auf jeden Fall hier nicht unerwähnt lassen, wie toll Mario Gomez motiviert hat. Ich bin da mal so ein bisschen zwiespältig. Ich halte ihn für einen absoluten Ehrenmann und das ist alles super. Und wenn er sagt, hey, ich bring's nicht mehr, wir brauchen noch einen zweiten Stürmer, ja, total ehrenrührig, dass er das sagt, aber es bringt den VfB halt nicht weiter. Also genauso wie ein Jens Graal, der auf der Bank sitzt und halt total mitgeht, ja, ehrenrührig, aber es bringt den VfB nicht weiter. Also da wäre halt besser ein zweiter Torhüter, der halt Ziele irgendwie ein bisschen Druck macht. Und genauso sehe ich es bei Gomez. Also er kann auf der Bank sitzen und sagen, ja, wenn ich es halt nicht mehr bringe, ich rette die Welt nicht mehr und dann brauchen wir vielleicht einen anderen Stürmer. Ja, das ist halt wirklich menschlich total cool, aber es bringt halt dem VfB nicht wirklich weiter und deswegen sehe ich das so ein bisschen, so ein bisschen zwiegespalten irgendwie. Ja, findest du nicht, dass er unser Claudio Pizarro werden könnte? Nee, weil ich glaube, Claudio Pizarro ist irgendwie zehn Jahre älter. Nein, ist er nicht jetzt, glaube ich, fünf Jahre älter als Mario Gomez. Nee, sehe ich nicht. Also das finde ich schwierig, weil Pizarro kam nach Bremen, wo man sagte, hey, das ist der Opa und der wird vielleicht eingewechselt und so weiter. Und erinnere dich zurück, es ist nicht lange her, es war im Januar, da hat Markus Weinzierl gesagt, irgendwie seine Achse, das sind irgendwie, Gott, war da Bartschuber noch dabei und Aogo und Gendner und Gomez. Baumgartel, genau. Nee, Kämpf war es. Kämpf, Aogo, Gendner, Gomez. Das war die Achse und ich finde, man hat halt in Gomez viel zu viele Hoffnungen gesetzt, dafür, dass er jetzt sagt, naja, ich kann die Welt nicht mehr retten und ich bin halt alt und ich kann auch noch ein bisschen helfen. Also dieses Selbstverständnis, was Claudio Pizarro schon seit fünf Jahren hat, taucht jetzt erst in der Rückrunde auf und in der Winterpause ist es noch, ja, er ist unser Heilsbringer und ich glaube, man darf nicht vergessen, wenn ich jetzt die Statistiken recht in Erinnerung habe, ist Mario Gomez unser bester Stürmer, unser bester Torschütze halt. Zusammen mit Donuts, ja. Ja, genau. Und das zeigt halt so das gesamte Dilemma. Er selber nimmt sich halt so langsam zurück und wie gesagt, also menschlich, charakterlich total top, aber da muss man sagen, ja, dann ist er vielleicht unser Pizarro, aber wenn er unser Pizarro ist, dann brauchst du halt auch irgendwie einen Kruse und einen Rashica und andere, die Tore schießen und die haben wir halt nicht und du kannst halt nicht einerseits sagen, Mario Gomez ist der, der uns irgendwie die Klasse erhält und andererseits sagen, er ist unser Claudio Pizarro, weil das funktioniert halt nicht. Also er kann nicht Hoffnungsträger und irgendwie so Rentner sein, sondern er kann nur eins sein und wir haben halt keinen Ersatz für ihn. Das ist irgendwie so das Problem, was man halt vielleicht halt schon auch vor der Saison hätte sehen müssen. Und deswegen sehe ich halt so seine Aussagen schon, also finde ich cool, er ist halt total selbstreflektiert, nimmt sich halt selbst nicht so wichtig, aber den Verein bringt es halt gerade nicht wirklich weiter. Und auch wenn er dann halt nach dem Spiel sagt, ja die Stimmung hat ihm nicht gefallen, muss ich sagen, ja mir hat die Stimmung auch nicht gefallen, aber mir gefällt halt auch nicht, dass wir halt auf Platz 16 sind und jetzt wahrscheinlich absteigen. Gefällt mir auch nicht. Ja, also weiß nicht, das tut mich ein bisschen schwer mit der ganzen Geschichte. Stimmung nach Abpfiff wird auch gleich noch Thema sein, aber natürlich gebe ich dir absolut recht, wenn du Gomez als Pizarro hier beim Verein, also so wie ich es gerade gesagt habe, etablieren möchtest, dann braucht es vorne einen anderen Stürmer, der Gomez nicht mehr ersetzt. Ja, da brauchen wir einen Kruse, also gib mir einen Kruse, dann darf Gomez auch Pizarro sein, aber solange wir keinen Kruse haben, kann er keinen Pizarro sein, dann muss er halt Kruse sein, das ist halt so. Aber er trifft, das war für uns wichtig in der 51. Minute. Ja, und das war ja total geil, das habe ich echt gefeiert gegen Union Berlin, wie er trifft halt. Also können wir jetzt irgendwie fast forward zum 2-2-1 springen, irgendwie Ballgewinn vom VfB, wer hat den Ball gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr, weißt du es noch? Ich weiß es auch nicht mehr, nee. Okay, irgendwer gewinnt den Ball, spielt den Ball zu Gomez, Gomez kriegt den Ball an der Mittellinie, läuft drei, vier Schritte, 60.000 Leute schreien, spiel nach links zu Donis, der ist doppelt so schnell wie du. Gomez spielt nicht nach links zu Donis, er spielt auch nicht nach rechts, wo jemand anders läuft, spielt noch einen Spieler aus und läuft dann gefühlt in Zeitlupe Richtung Strafraum. Das ist aber gemein. War der Rinti-Hund wieder schneller als Mario Gomez auf der Bankenwerbung? Und schießt dann und schießt nicht aufs Tor, sondern schießt halt Friedrich von Berlin ins Gesicht und von da geht der Ball ins Tor und das Stadion steht Kopf, es war grandios, also solche Tore musst du halt machen, aber ich glaube, er hat halt in der Situation, hat Mario Gomez alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, aber es ist halt völlig egal, weil er halt ein Tor geschossen hat und ja, es war großartig. Absolut und Friedrich sollte uns dann, oder ja, später sollte er sich für diese Aktion auch noch rechnen. Der hat sich gerecht. Ja. In der 68. Minute fällt dann das 2 zu 2, da sah Kabak überhaupt nicht gut aus, das waren dann wahrscheinlich auch mit seinen schwächsten Minuten hier in Stuttgart. In der 68. als er Friedrich da aus den Augen verliert und der völlig unbedrängt zum 2 zu 2 einköpfen kann, danach hat er auch nochmal über den Ball geschlagen und es entstand nochmal eine Chance. Und das war heute eine große Chance, ja. Ja, also für Kabak waren das schwache Minuten und ich habe auch das Gefühl, ohne jetzt hier Kabak irgendwie groß kritisieren zu wollen, aber ich habe das Gefühl, dass es für ihn jetzt auch Zeit wird, dass er mal durchschnaufen kann. Also es war ja für ihn wirklich kaum eine Zeit da, um hier richtig anzukommen. Er hat immer Top-Leistungen gebracht, aber man merkt jetzt auch so ein bisschen, dass ihm eine Pause vielleicht gar nicht so schlecht hätte. Ich kann mich erinnern, gegen Berlin war es auch nicht so prall, also gegen die Hertha und man merkt einfach, dass er jetzt schon sehr gefordert wurde in den letzten Wochen. Aber nichtsdestotrotz ist Kabak unser kleinstes Problem aktuell. Das möchte ich noch dazu sagen. Nicht, dass jemand denkt, ich kritisiere jetzt hier Kabak. Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr, sehr... Null, aber man muss ja schon festhalten, das ist, glaube ich, auch so, das grundsätzliche Problem der Saison, dass dann González kommt und einen Ginczek ersetzen muss. Einen Ginczek, der halt Abstiegskampf mitgemacht hat, der damals in Paderborn dann getroffen hat. Also der weiß, wie es ist, wenn es echt um alles geht. Und dann kommt halt einer, ja, aus Südamerika, ein junger Typ und der muss halt Ginczek ersetzen. Ein Ginczek, der halt irgendwie von Verletzungen gebeutelt war und die Nerven bis zum Zerreißen angespannt hatte. Und dann kommt irgendwie so einer und muss dann setzen. Das funktioniert nicht. Das kann eigentlich in den seltensten Fällen funktionieren. Und das Gleiche ist mit Kabak. Der kommt und der spielt super und ist ein toller Typ charakterlich und spielerisch ganz großartig. Aber der kommt halt zur Winterpause und spielt halt seitdem gegen den Abstieg und jetzt halt spielt er in so Finalspielen. Ja, und der ist 18 und mittlerweile 19. Das ist halt irgendwie sauschwierig halt. Und dass es überhaupt so gut funktioniert hat, bei ihm ist ja ein Wunder, genau wie bei Askasi war, dass der halt kommt und dann sofort gezündet hat. Also das alleine ist ja schon irgendwie sehr erstaunlich. Ja, aber klar, das bringt ihn auch an seine Grenzen, glaube ich schon. Ja, und dann müssen wir uns noch bei Ron Robozila bedanken, der uns in der 79. und 93. Minute hier das Unentschieden noch gerettet hat. Denn da hat er noch zweimal Andersson große Möglichkeiten für Union hier das 3 zu 2 zu erzielen. Ich glaube allerdings, Sebastian, dass Robert Hunke, der Eurosport-Kommentator dann wirklich eher kuliert hätte. Direkt ins Mikrofon. Also das... Also man kann ja auch mal kurz um Werbung zu machen, irgendwie, während man bei Sky ja glaube ich keine kompletten Zusammenfassungen oder keine kompletten Spiele mehr sehen kann. Auf dem Eurosport-Player kann man sich ja spielen, wenn man denn möchte. Also wenn man sehr, sehr leidensfähig ist als VfB-Fan, guckt man sich 90 Minuten nochmal komplett an. Aber ich habe mir tatsächlich die Chancen nicht mehr angeguckt. Aber ich glaube, den Schuss von Andersson nachdem Kabak über den Ball haut, den muss er fast halten. Aber den Kopfball, boah, das war schon große Klasse. Also wir den dann noch irgendwie entschärft. Also das war großartig. Also ich habe mir das Spiel einmal auf dem Eurosport-Player angeguckt und dann nochmal VfB-TV. Das brauche ich immer mal wieder VfB-TV. Übrigens auch nochmal Props an den Kommentator, der Schalke kommentiert hat. Richtig geil. Warte mal auf, Figs. Bitte? Ohne Mausklicks. Mit Mausklicks, selbstverständlich. Mit Mausklicks, okay. Mit Mausklicks und natürlich dann auch mit solchen tollen Spielern, die den VfB gegen Schalke unterstützt haben, wie Mario Götze. Also das, ah, ja, ja, ja. Wieser, was ist das denn? Nicht Badstuber, sondern Badstummer oder Badstummer und natürlich Pornososa war auch wieder mit dabei. Pornososa, ja, Legende. Es ist unglaublich und ich habe die Befürchtung, dass das schon seit dem ersten Spiel Tag so geht, dass dieser Kommentator Pornososa zu Borna Sosa sagt. Und das ist für mich, das ist das, was ich kritisiere. Nicht, dass sich jemand verspricht, hey, das passiert mir bei jeder Podcastaufnahme 930 Mal, dass ich mich verspreche, auch mit Namen und was weiß ich. Das ist völlig in Ordnung und dass der natürlich sich versprochen hat bei Mario Götze und ich glaube, dass Mario Götze Mario Gomez ist oder andersrum, ist mir schon klar. Aber es muss doch irgendjemand von diesem Verein da sitzen und sich diese Kacke angucken und mal sagen, hey Junge, du laberst eine Scheiße hoch 10, kannst du dich nicht wenigstens mal vernünftig vorbereiten hier. Der heißt nicht Pornososa, das ist Borna Sosa und der heißt auch nicht Emiliano Insua mit TZ, sondern Emiliano, siehste, da fängt es schon an, Emiliano Insua. Und das sind so Kleinigkeiten, die erwarte ich einfach von jemandem, von Vereinsseite aus, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Natürlich ist das ein eingekaufter Dienst und ich bin auch jetzt nicht irgendwie so drauf, dass ich sage, ja für das Geld kann ich viel mehr erwarten. Nein, aber das sind einfach Kleinigkeiten, das ist VfB-TV, da möchte ich, das habe ich letztes Mal schon gesagt, Emotionen und einen Moderator, der die Spieler kennt, verdammte Scheiße. Da setze ich doch nicht jemanden hin, der nicht weiß, wer da auf dem Platz steht. Nee, aber das ist das Ding, da machst du es halt 10 Euro teurer und sagst, hey, hier kommentiert, ich sage es jetzt mal, Holger Laser. Holger. Und entweder du magst es oder lässt es halt, aber dann kaufst und du weißt, der weiß, wie die Leute heißen und der macht es halt gut, du kannst es halt nach wie vor Kacke finden, dann kaufst du halt nicht, aber wenn du es halt irgendwie abonnierst, dann weißt du halt, das moderiert oder kommentiert halt jemand, der kennt halt die Spieler zumindest. Ja, aber so dieses Eingekaufte von irgendwelchen komischen Leuten, das finde ich auch schwierig. Hier ist mein Tipp, du lässt es bei diesem Preis und setzt einfach keinen Moderator hin, denn das ist schon ein Mehrgewinn. Ja klar, Stadion O-Ton, das geht immer, ne? Ja, immer. Ich habe noch nie jemanden, ach komm, ist doch scheißegal. So, das Spiel wurde abgefiffen und dann ist mir was aufgefallen, Sebastian, wieder mit Argus Augen habe ich das Spielfeld beobachtet, was passiert da? Ich meine, du saßt ja auch mehr oder weniger auf der Trainerbank, also du musst ja da irgendwie ein Auge drauf gehabt haben. Ich habe ein Auge drauf gehabt, wie sich die Mannschaft nach Abpfiff verhält. Die meisten waren konsterniert, sind zu Boden gegangen. Übrigens, das habe ich auch auf Twitter geschrieben, so ein bisschen war dieses 2 zu 2 wirklich so ein Wirkungstreffer in einem Boxkampf. Du hast richtig gemerkt, wie die Mannschaft danach leer war auf dem Platz. Da fiel ihnen gar nichts mehr ein. Also ich glaube, das 2 zu 2 war richtig heftig für die Mannschaft, aber wir wollen nicht schon wieder über das Spiel reden. So, was ich jetzt gesehen habe, das ist hier wirklich, also Breaking News, Gonzalo Castro ist sofort in die Katakomben verschwunden. Er hat sich nicht mal umgedreht, er hat mit niemandem abgeklatscht, er ist, also ich glaube, er hat den Weg in die Kabine schon begonnen, als noch das Spiel lief offiziell. Es war wirklich so, dass er straight durchmarschiert ist und natürlich habe ich mir dann gleich bei VfB TV angeschaut, ob das wirklich so war oder ob er nochmal umgedreht ist. Man sieht es, wenn man sich es auf VfB TV anguckt, nicht, ja, wie es vollendet wird, weil der vorher einen Schnitt dann stattfindet, aber es ist tatsächlich so, er läuft direkt durch, geht in die Kabine, vielleicht muss er aufs Klo, ich weiß es nicht, aber das fand ich schon bemerkenswert, dass du nach so einem Spiel einfach sagst, you know what, ja, und tschüss, das war's. Das fand ich beachtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man hat auch schon wieder so ein bisschen was reininterpretieren können, wie es innerhalb dieser Mannschaft aussieht, ja, auch da hat ja Mario Gomez, wir haben es vorhin ja gehört, ein paar ernste Töne angestimmt, ja, das wollte ich hier noch kundtun, dass mir das aufgefallen ist und mir ist noch was aufgefallen und da möchte ich auch deine Meinung jetzt hören, und zwar war das ja Benjamin Pavards letztes Heimspiel für den VfB Stuttgart und man merkte dem Spieler an, ich habe das auch mit einem Video dokumentiert, dass er wirklich sehr gekränkt war, also, oder anders, er war einfach enttäuscht, dass das das Ende war für ihn hier beim VfB, also nicht enttäuscht von den Fans, sondern ich glaube von der allgemeinen Situation, dass er sich so verabschiedet, ich glaube, er hat sich schon erhofft, dass es vielleicht ähnlich läuft wie auf Schalke, dass die Fans ihm nochmal zu applaudieren, dass er nochmal positiv verabschiedet wird, aber es war halt einfach so, dass der Frust über dieses 2 zu 2 viel größer war und Pavard wirklich traurig von dannen getrottet ist und ich habe auf Twitter geschrieben, dass es mir für Benjamin Pavard leid tut, dass es so ein Abgang für ihn sein musste und damit meinte ich natürlich nicht, dass ich ihn jetzt hier in Schutz nehmen will, natürlich hat er keine gute Saison gespielt, aber ich sehe es dennoch so, dass Pavard, ich würde mal sagen, bestimmt 75 bis 80 Prozent seiner Bundesligaspiele oder seiner auch Zweitligaspiele für den VfB auf einem sehr hohen Niveau bestritten hat und dann finde ich es halt schade, dass der Spieler dann so abtritt, ja, also ich fand es halt einfach schade für ihn, er hätte sich das, er hätte sich vielleicht verdient, anders hier vom Platz gehen zu dürfen, aber vielleicht haben solche Emotionen dann in so einem Moment auch nichts auf dem Platz zu suchen, Sebastian, wie siehst du es, ist man da ein bisschen, ja, oder, ja, fandst du es nachvollziehbar, dass man Pavard so mehr oder weniger dann vom Hof gejagt hat? Ich bin da ja ein bisschen befangen, ne, weil seit Benjamin Pavard sein erstes Spiel für den VfB Stuttgart gemacht hat, damals im Heimspiel gegen Greuther führt und den schönsten Vertikalpass aller Zeiten gespielt hat und das Tor, also Assist gegeben, Tor gemacht, Manni hat zweimal getroffen, das war ja alles ganz großartig und seitdem bin ich oder sind wir große Benjamin Pavard Fans, also auch wenn er unsere Bilder auf Instagram klaut, also ich mag ihn einfach, das ist halt cool, also, und insofern ist es dann natürlich total schade, dass er nicht verabschiedet werden kann, also es wäre natürlich viel, viel schöner gewesen, der VfB hätte am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert, da hätte man irgendwie mit Blumenstrauß und Torte keine Ahnung verabschieden können und ja, das finde ich schon ein bisschen schade, andererseits ist natürlich die Situation aktuell jetzt nicht so, dass man sagen kann, hey komm, wir fahren jetzt irgendwie alles auf und machen eine große Pavard-Abschiedsparty, nee, wir brauchen halt Tore, Punkte mehr denn je und ja, da gibt es halt gerade wenig Platz für und weiß ich nicht, hätte man ihn, vielleicht hätte man ihn vor dem Spiel verabschieden können, wäre das dann gut angekommen, hätte man gesagt, na einfach diese obligatorische Relegation gegen Berlin und jetzt gibt es noch einen Blumenstrauß, aber dass es halt gar nichts gibt, finde ich halt schon schwierig, also dann vielleicht noch am ehesten auswärts auf Schalke, wo man weiß, hey, es ist irgendwie kackegal, wie wir spielen, dann drückt ihm halt der Dietrich oder der Röttgermann oder der Heim oder irgendwer oder der Hitzelsberger drückt ihm halt noch einen Blumenstrauß in die Hand und sagt irgendwie toll, dass du da warst für viel Erfolg in München, aber dass es halt so gar nichts gibt, finde ich schon schwierig, weil er uns jetzt ja schon drei Saisons begleitet hat und uns viel Freude bereitet hat und auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass irgendwie so ein bisschen der Spirit zurückkam, ja, also ich persönlich werde ihn vermissen, ich bin ein großer Bergemar-Pawar-Fan. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass der Transfer vom VfB bislang auch noch nicht bestätigt wurde. Ja, wahrscheinlich wird der VfB den Transfer am dritten Spieltag der nächsten Saison bestätigen, wenn er schon zwei Einsätze für die Bayern hat, also das ist mir natürlich wurscht. Ja, aber das wäre natürlich für sie jetzt wahrscheinlich auch noch mal so ein Grund zu sagen, okay, wir können den jetzt noch nicht verabschieden, wenn wir den Transfer noch nicht bestätigen. Ja, aber wann wollen sie das denn machen? Also jetzt ist irgendwann der 30.6., der VfB ist abgestiegen oder auch nicht, Bergemar-Pawar ist dann wahrscheinlich in Curaçao oder sonst wo in Urlaub und fängt dann bei Bayern an, da gibt es keine Chance mehr, ihn zu verabschieden. Also entweder macht es jetzt oder gar nicht mehr. Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht doch noch irgendeine zweite Klausel gibt, dass im Falle eines Abstiegs der Spieler halt, weiß ich nicht, also jetzt nicht ablösefrei, aber noch günstiger gehen darf oder so. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum man von Seiten des Vereins bis jetzt immer noch nicht Nägel mit Köpfen gemacht hat und gesagt hat, ja, das Ding ist durch, weil er wird ja überall als transferiert gemeldet, bei den Bayern, überall. Also es ist halt einfach ein bisschen... Und solange Michael Reschke noch da war, dachte ich mir, okay, da zahle ich im Griff, aber mittlerweile muss man sagen, okay, jetzt sind da Leute, die haben es vielleicht im Griff und die würden dann schon irgendwie Fakten schaffen, aber klar, nach wie vor ist von Seiten des VfB nichts fix, aber ja. Das ist durch, das ist schon klar. Wir kommen jetzt auch in München spielen und es ist halt nur noch eine Frage, wie es der VfB schafft, ihn irgendwie noch standesgemäß zu verabschieden und wenn man jetzt in Berlin nicht gerade gewinnt, scheint der Zug ja abgefahren zu sein. Also das ist irgendwie auch so ein weiterer Fail irgendwie, ein Spieler, der uns über drei Jahre dann viel Freude bereitet haben, einfach so, ja, nur nachzuwinken und dem keinen gebührenden Abschied zu bereiten. Wobei es fast noch schöner ist, wenn wir Benjamin Pavard dann am Dienstag auf dem Cannstatter Vasen, wenn wir den Relegationspokalsieg feiern, mit Pauken und Trompeten verabschieden. Ja, absolut. Du, aber weißt du was, was mir auch so ein bisschen nahe ging, ist halt, dass mit Pavard so das letzte bisschen Hoffnung jetzt auch gegangen ist, ja, wenn ich mich so daran erinnere an 2017, Hannes Wolf, Jan Schindelmeiser, Pavard gehört dazu, Simon Terodde ist jemand, der irgendwie diese Aufbruchsstimmung mitverkörpert hat, das sind alles... Manet, Ginczek, Maxim, alle weg, also Timo Baumgartel haben wir noch, aber das ist auch so mit der Einzigen, der Gentner, ja klar, Gentner, aber ja, der ewige Gentner, der, ja. Ja, der hat für mich nicht diese Aufbruchsstimmung symbolisiert. Nein, der Null, das ist ja klar. Das war für mich dann auch so, wirklich so dieser letzte Spieler, der aus diesem positiven Konglomerat jetzt uns auch noch verlässt. Natürlich kannst du sagen, jetzt ist der Baumgartel noch da, aber das ist ja mittlerweile auch ein Spieler, den man einfach hier als gegeben nimmt, ja, also der ist halt schon immer da und es war jetzt niemand von den Spielern, die dazu geholt wurden oder Trainer oder eben dann Sportvorständen oder so, wo du das Gefühl hattest, ja, mit denen kann jetzt was gelingen hier. Jetzt ist nur noch der alte Sack da oben da und alle anderen, in die man wirklich viel Hoffnung gesteckt hat, die sind alle weg, ja, es ist nur noch der alte Stinke-Peter da oben auf der Tribüne, der uns alle ins Verderben stürzt, so, das muss ich leider so sagen und ich habe ja keinen Namen genannt und meine auch keinen offiziellen Mitarbeiter. Ja, alles, völlig, völlig okay, ja. So, gut, ähm, nach dem Spiel und dann haben wir das Spiel hier durch, hat Mario Gomez dann noch ein Interview gegeben, wir haben es zu Beginn dieser Ausgabe eingespielt, du hast auch schon drauf Bezug genommen, zum Beispiel hat er gesagt, dass er die Stimmung hier nicht so besonders gut findet, der O-Ton war, die ganze Stimmung jetzt gefällt mir nicht, wenn man an sich glaubt und wenn man weiß, dass man in Berlin gewinnen kann, dann geht man hier mit erhobenen Haupt raus und sagt, okay, das hier war es nicht so, das hier war es nicht ganz so, aber das nächste Spiel, ja, da ergreifen wir die zweite Chance. Damit möchte ich auch direkt überleiten auf das, was uns dann am, ja, Montag bevorsteht, äh, vielleicht auch noch ganz kurz, ein Satz von Mario Gomez, den ich interessant fand, die Union-Fans feiern, als wären sie schon aufgestiegen, wir werden zurückschlagen und zwar am Montag, ähm, Sebastian, wie siehst du es? Also, ich, ich habe das Gefühl, dass es dem VfB gar nicht so schlecht tut, dass man jetzt, tut, sagt man glaube ich nicht, dass es dem VfB gar nicht so schlecht tut, sag ich es jetzt trotzdem, dass man jetzt auswärts spielen kann, ja, da ist vielleicht der Druck nicht ganz so groß wie zu Hause, ja, man merkt es schon so ein bisschen, dass das Publikum, wenn es dann etwas unruhiger wurde von Seiten der Fans, dass das schon so ein bisschen auf die Mannschaft sich übertragen hat, vielleicht ist es ganz okay, wenn du jetzt in Berlin spielst und gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass die Berliner schon mit so einem sehr positiven Gefühl in dieses Spiel gehen, weil sie halt einfach so der moralische Sieger oder der gefühlte Sieger dieser Partie waren in Stuttgart und, ja, vielleicht ist das die Chance, die man jetzt ergreifen muss. Absolut, also ich glaube, der VfB ist ja in einem sehr, sehr, sehr gut und zwar in dem, dass man sich auf minimal erreichten Zielen brutal ausruht. Ja, sobald man irgendwie 1 zu 0 zu Hause gegen Hannover gewonnen hat, kann man sich darauf ausruhen und dieses 2 zu 2 zu Hause gegen Union Berlin gibt halt null Raum, sich auf irgendwas auszuruhen. Der VfB fährt nach Köpenick und weiß genau, wir müssen gewinnen, weil ich glaube, dass man sich jetzt auf ein 3 zu 3 oder ein höheres Unentschieden irgendwie einlassen kann, ist relativ unwahrscheinlich. Also, sie fahren dahin und wissen, wir müssen das Spiel gewinnen und das ist so meine einzige Hoffnung, weil wenn sie jetzt mit, angenommen, man hätte 2 zu 1 gewonnen, dann würden die nach Berlin fahren und sagen, okay, wir müssen halt nur Unentschieden spielen und es hätte halt überhaupt null funktioniert und das ist meine einzige Hoffnung, dass es jetzt echt ganz klare Fakten gibt. Der VfB, Nico Willig, das Team, alle wissen, wir müssen nach Berlin fahren und wir müssen dieses eine Spiel irgendwie gewinnen und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, verbunden mit der Tatsache, dass Union tatsächlich jetzt so einen leichten psychologischen Vorteil hat und damit auch schon wieder was hat, was man verlieren könnte. Und das ist meine Hoffnung und für mich ganz persönlich muss ich sagen und wenn es dann halt nicht klappt, dann ist man halt auch einfach ganz verdient abgestiegen. Also man wäre nach 34 Spieltagen der ersten Liga verdient abgestiegen mit 28 Punkten und dann ist man jetzt halt nach 36 Spieltagen verdient abgestiegen. Jetzt hat man noch 90 Minuten, um eine völlig beschissene, verkackte Saison irgendwie so halbwegs zu retten oder 120 Minuten und wenn man das nicht schafft, dann ist es halt auch einfach so und deswegen bin ich persönlich für Montag total relaxed, entweder so oder so und ich habe halt wie gesagt die leise Resthoffnung, dass der VfB weiß, wir müssen irgendwie gewinnen und dementsprechend auch in die Partie reingeht. Ja, das ist auch meine Hoffnung. Ich sehe es genauso wie du, wenn du als ambitionierter Bundesligist, der sich auf Platz 13 gewähnt hat in der Saison, es nicht schaffst gegen Union Berlin, Drittplatzierter in der zweiten Liga, dich in zwei Spielen durchzusetzen, dann tut es mir leid, dann hast du mit den 28 Punkten, die du sowieso schon erreicht hast oder nur erreicht hast in der Bundesligasaison es einfach nicht verdient in der ersten Liga zu spielen. Es ist für mich keine Mammutaufgabe gegen Berlin zu gewinnen, aber es ist schwer, gar keine Frage, aber wie gesagt nicht unmöglich. Ich habe da schon Hoffnungen, dass der VfB das schaffen kann. Wichtig wird sein, dass man geduldig ist und nicht sozusagen ins Verderben rennt, gleich versucht zu Beginn der ersten Halbzeit ja einfach das negative Gefühl durch eine frühe Führung wieder abzuschütteln, dass man vielleicht noch hat, das ein bisschen aus dem Hinspiel wie gesagt geduldig bleiben. Da muss ich an Jürgen Klopp denken, der ja auch seiner Mannschaft gesagt hat, du kannst auch in der 88. Minute noch drei Tore schießen und das müssen wir ja nicht machen. Wir dürfen hauptsächlich jetzt erstmal kein Tor bekommen und dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es uns nicht gelingt, irgendwie ein Tor zu erzielen, weil es ist halt einfach schon so, dass wir einfach die besseren individuellen Spiele oder individuell gesehen die besseren Spiele haben. Das sehe ich einfach so, wenn ich mir die Spieler anschaue. Aber es muss halt dann... Ja, genau. Ich denke es dann auch, also jetzt klammer doch die ganze Saison aus, klammer diese mickrigen 28 Punkte aus. Das sieht nur jetzt noch einmal. Genau, klammer die 70 Gegentore aus, klammer den lausigen einen Auswärtssieg aus in Nürnberg, sondern denk doch, du spielst jetzt irgendwie DFB-Pokal-Halbfinale, du wirst gelost gegen Union Berlin in Köpenick. Wenn du fährst da hin, dann würde man doch als VfB-Fan sagen, hey, wir sind Favoriten, also egal, wie die Saison lief, das eine Ding, das können wir doch gewinnen. Ja, und genau so sehe ich es und ich hoffe, dass Nico Willig halt auch das Team genauso einstellt. Und wir müssen halt gegen den Dritten der Zweiten Liga irgendwie gewinnen und sei es durch einen unverdienten und unberechtigten V-Lefmeter in der 93-Smoot, ist mir völlig egal. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann muss ich sagen, in Kombination mit dieser, mit dieser historisch schlechten Saisonbilanz, ja, dann spielst du halt Zweite Liga. So sieht es aus. Und das kann ich dann auch akzeptieren, vor allem, weil dann halt mit Union Berlin halt ein Verein in die erste Liga kommt, dem man es ja dann auch irgendwie gönnt, dass die es ja endlich mal schaffen. Ist ja jetzt nicht irgendwie irgendein Verein, wo man denkt, wie um Gottes Willen im Leben nicht, sondern dann ist es halt so. Und diese Relegation, wie unser großer Freund Wolfgang Grittich hat, ist ein Geschenk. Und wenn man dieses Geschenk halt dann nicht annehmen möchte, dann ist es halt einfach so. Also ich bin da jetzt relativ fatalistisch, aber ich denke halt auch, also wenn man als 16. der Bundesliga mit so einem teuren Kader es nicht schafft, in Berlin irgendwie zu gewinnen, ja, dann spielst du halt Zweite Liga und dann ist es auch gerechtfertigt. Lass uns noch kurz einen Tipp abgeben, nicht so sehr, wie das Spiel ausgeht, weil, also ich habe da keinen Bock drauf, jetzt hier einen Tipp abzugeben, sondern eher, wie die Ausstellung aussehen könnte. Santias Casiba wird zurückkommen. Gehst du davon aus, dass er direkt in die Startelf rutscht? Und wer geht für ihn raus? Ich befürchte nicht, aber ich fände es geil. Aber ich glaube nicht, dass er spielt. In der Viererkette siehst du da irgendeine Veränderung? Vielleicht in Sua, dass der draußen sitzt? Nee, ich glaube nicht. Die einzige Personalie, die ich mir vorstellen könnte, dass Willi gesagt, Sosa beginnt, um noch ein bisschen... Ja, aber ich glaube, du kommst nach Berlin und ich denke, die werden genau das machen, was wir beim VfB vermisst haben, dass die halt den ersten 10, 15 Minuten extrem Druck machen und da habe ich dann hinten links echt lieber in Sua stehen als Porno Sosa oder wie er in Wirklichkeit heißt Porno Sosa. Porno Sosa. Nee, die Idee, die ich halt habe, ist, wenn du mit Gommes beginnen würdest, macht so ein Sosa durchaus Sinn, weil er halt sehr, sehr gute Pflanzen schlagen kann. Gut, in der Kombi ja schon, ja. Ja, und ich glaube, dass du das dann schon kompensieren kannst, wenn du hinten einfach dann in dem Moment auf Dreierkette umstellen musst. Klar, das ist gefährlich, aber du hast halt mit Pavard, Kabak und Kempf schon drei Leute, die das auf jeden Fall spielen könnten. Ja, also in dem Moment, wo sich Sosa mit nach vorne einschaltet, müssen es halt hinten die drei dann reißen irgendwie, weil die Gefahr besteht, natürlich, dass er dann wieder entscheidende Zweikämpfe verliert. Wir haben das gegen Berlin gesehen, da ist ihm das häufiger passiert, aber er hat ja auch gezeigt, was er nach vorne eben leisten kann für den VfB und vielleicht ist das so eine kleine, ja, mutigere Aufstellung, mit Sosa dann in dieses Spiel zu gehen. Ich hätte jetzt auch, glaube ich, keine großen Bauchschmerzen, wenn Insoua da spielt, das ist für mich auch okay, aber das ist halt einfach nur so, ja, unterer Bundesliga-Durchschnitt inzwischen, was Insoua so spielt, also da erwarte ich einfach nichts Besonderes. Natürlich wird er jetzt das entscheidende Tor schießen, nachdem ich das gesagt habe, ist klar. Nee, 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 das entscheidende Tor schießt Holger Bartschuber, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, Holger Bartschuber wird unser Relegationsheld, alternativ würde ich mir dazu hinreißen lassen, Alex Esswein. Axel Esswein haben wir ja genannt, Axel Esswein. Axel Esswein, Axel Esswein, 89. oder vielleicht auch 91. Das ist 1 zu 0, oder 0 zu 1 dann halt, einer von den beiden. Also ich gehe übrigens davon aus, dass Santi Ascacipa von Beginn an spielen wird. Also ich sehe den da und bin mir nicht sicher, wer rausgeht. Castro oder, ich gehe davon aus, dass Gentner entweder auf der Bank sitzt oder Willig ein anderes System spielt, das für Gentner Platz ist. Boah, aber nimmt Willig denn Gentner im entscheidenden Spiel Gentner raus? Boah, schwierig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er den Santi bringt, ja? Santi und Castro würde jetzt für mich persönlich die richtige Wahl sein, wenn ich da was zu sagen hätte. Gott sei Dank habe ich das nicht. Donis ist für mich gesetzt, der wird spielen. Ja, klar. Dann glaube ich, dass Gomez reinkommen wird, weiß aber noch nicht so richtig für wen. Ich kann mir vorstellen, dass Akolo draußen bleibt, dann könnte Gomez für ihn reinrutschen. Javi, muss man ja gucken. Ja, der ist angeschlagen. Ja, gut, wie immer. Also wenn er mal irgendwie 45 Minuten gespielt hat, ist er danach angeschlagen. Also ich mache es jetzt fertig, okay? Also meine Aufstellung, die ich im Kopf habe, ist hinten Sosa, dann der Rest in der Viererkette bleibt gleich mit Kempf und Kabak im Zentrum und Pavard über rechts. Dann Doppelsex mit Castro und Asuka Siba. Dann vermute ich, oder glaube ich, dass Axel Eswein tatsächlich in die Mannschaft kommt. Sorry, Leute. Die gleichgewordene Relegation, ja. Ja, ich glaube, dass Axel Eswein den Sprung in die Mannschaft schafft. Dann González über links und vorne dann mit Donis und Gomez. Das glaube ich, das wird unser Start. Also ich glaube ja, dass Zuba starten wird. Jau, das könnte... Oh, den habe ich jetzt... Ja, ja, ja. Den habe ich jetzt komplett ausgeblendet, weil sein Comeback jetzt auch nicht so viel versprechend war. Nee, war nicht gut, aber der hatte irgendwie wieder relativ irgendwie einen frühen Schlag abbekommen und dann irgendwie... Ja, aber ich glaube, Zuba wäre eine Option. Für? Und ich glaube, González. Ich weiß nicht, für González oder für Erkohle oder so, aber Zuba irgendwo unterbringen. Und das Kassi war, wäre halt schon geil, weil der wird halt wahrscheinlich schon in der Ankunftshalle vom Berliner Flughafen drei Passanten umgrätschen halt. Also der ist heiß wie Frittenfett. Also das wäre... Wenn Zuba fit ist, glaube ich. Ja, würde ich den glaube ich... Kann ich auch sagen, dass er nach 15 Minuten Gelbbrot bekommt. Ja, der hat sich glaube ich schon diesbezüglich im Griff. Also der ist hart auf dem Platz, aber ich glaube, dass er nicht ganz so naiv ist wie manch anderer Spieler. Ah, ich... Obwohl, ich meine, das können wir ja auch noch kurz erwähnen. Ich bin mir nicht mehr so sehr... Oder bin ich ganz so sicher, ob... ob... Obwohl, nee, eigentlich ist er ganz gut weggekommen im neuen Qualitätspodcast der VfB-Spieler Frauen. Es gab andere. Wurden die Männer auch behandelt? Ich habe es echt nicht gehört. Ich habe es mir angehört. Es ist einfach... Echt? Eine Sozialstudie für sich, muss ich sagen. Ich kann das nicht. Und ich kann so viel verraten. Ich kann mir auch die Insta-Stories von Ina Ogo nicht mehr anhören. Nein, die gucken wir. Ich habe es mit Zeitleidem versucht. Nee, ich kann es halt einfach nicht mehr. Warum die nicht einfach einen konstanten Livestream laufen lässt, verstehe ich sowieso nicht. Es wäre viel einfacher als diese 15-Sekunden-Videos, die sie ja alle 15 Sekunden produziert. Nee, ich möchte diesen Podcast jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber man versteht vieles besser, wenn man diesen Podcast, zumindest diese eine Folge gehört hat. Also man versteht wirklich vieles besser. Man fragt sich ja schon häufiger bei Ina Ogo, was ist denn da eigentlich los? Aber jetzt verstehe ich es. Also vielleicht ganz kurz eine Anekdote aus dem Podcast, die ich sehr vielsagend finde. Ina hat ihre erste Ausbildung abgebrochen, weil sie musste morgens 20 Minuten mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren. Das geht schon mal gar nicht. Und zwar Sebastian nicht nur bei schönem Wetter, sondern auch wenn es mal geregnet hat, musste sie da hinfahren. Und pass auf, vielleicht auch noch bergauf. Man kann es sich ausschließen. Und jetzt kommt es. Sie wollte so eine Art Modedesignerin werden, weil sie selber schon Kleider designt hat, denn sie hat schon immer ihre T-Shirts zerschnitten und so. Ah ja, okay. Jetzt kommt es aber. Dann ist sie als eigentlich schon mehr oder weniger gelernte Designerin dahin gekommen und hat festgestellt, dass die anderen alle schon nähen können. Und da hat sie gedacht, die können ja alle nähen, was soll ich denn hier machen? Und hat ihre Karriere geschmissen. Unter meiner Bürde auf jeden Fall. Also es ist schon ulkig, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass es für Ina Aogo sowas gibt. Ja, wie nennt man das, was sie jetzt macht? Influencerin oder? Nee, nee, nee. Spielerfrau heißt das. Spielerfrau. Ich wollte es nicht so ganz so despektieren. Nee, es heißt Spielerfrau. Nee, es heißt Spielerfrau. Ja, ich finde es schade, weil auf der anderen Seite finde ich, dass die Frau Zuber, Mira ist, glaube ich, ihr Spitzname, gar nicht so schlecht rüberkommt. Sie hat natürlich durch ihren ulkigen Akzent immer so ein, ja, einfach so ein Problem, ein bisschen ernst genommen zu werden. Aber ich glaube, dass die etwas zielstrebiger ist, was das eigene Leben angeht und sich nicht so sehr auf die Karriere ihres Mannes verlässt. Also die kam für mich gar nicht mehr so schlecht weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja. Wer noch Zeit hat, Podcast. Aber ich glaube, die macht ja relativ viel auch, die eigene eigentliche TV-Shows und dieses und jenes und so weiter. Die ist relativ umtriebig. Genau. Und wie heißt der Podcast? Spielerfrauen-Podcast. Nee, Spielerfrauen-On-Air. Ist natürlich, ich weiß, es ist marketingtechnisch, ist das einfach, das Nonplusultra, da haben sich bestimmt mehrere Leute über Stunden hingesetzt und sich diesen Namen ausgedacht. Richtig klasse Name. Aber gut, ich möchte mich nie über Podcast-Namen hier äußern, weil bei unserem wusste man ja noch nicht mal, was das bedeuten soll, STR. Also von daher ziehe ich diese Kritik direkt zurück. Viele Grüße an die Kollegen von Textilvergehen, die nicht wussten, was mit STR anzufangen ist. Dabei ist ja ganz klar, ich meine STR ist das Kürzel vom Stuttgarter Flughafen. Und wenn man wie wir als VfB-Fan so oft international spielt, dann muss man dieses Kürzel vom Flughafen auch wirklich parat haben. So, jetzt muss ich noch eins ansprechen. Wir haben das Rückspiel abgearbeitet, aber eins habe ich noch vergessen und das war mir eigentlich sehr, sehr wichtig, weil ich es vorhin auch schon angekündigt habe. Und zwar ging es um Szenen, die sich nach dem Spiel ereignet haben. Es war so, Entschuldigung, dass ich das jetzt hier komplett vergessen habe, aber ich sehe es jetzt gerade und jetzt muss ich es dann doch nochmal aufgreifen, wie gesagt. Es war so, dass nach dem Spiel die Kurve ja relativ wütend war auf die Mannschaft und vor allem natürlich dann unten die Ultras dann doch sehr deutlich ihren Frust kundgetan haben, sogar über die Abgrenzungsmauer gesprungen sind und aber nicht weitergelaufen sind, sondern vor den Werbebannern stehen geblieben sind und halt einfach die Mannschaft beschimpft haben. Finde ich auch nicht so geil. Ich habe das ja hier schon mal gesagt, ich bräuchte das jetzt als Fan nicht, dass die Mannschaft sich nochmal ja an mich wendet und sich beschimpfen lässt. Das ist für mich unnötig, aber sei es drum. Ich konnte sehen, dass oberhalb der Keinstaller Kurve, ja, also in den Oberrängen auch viele Leute applaudiert haben. Ich habe es dann später auch auf dem Video, das ich gepostet habe, mir nochmal angeschaut und auch gehört, dass es auch Applaus für die Mannschaft gab, aber eben unten die Ultras waren sehr wütend und das hat einen Fan auf der Haupttribüne dazu gebracht, wirklich wutentbrannt, ich glaube von, weiß ich nicht, Mitte der Haupttribüne runter zu rennen Richtung Cannstatter Kurve, also zu diesem Zwischengang, zu dieser Ausfahrt, die da zwischen Cannstatter Kurve und Haupttribüne ist und er wollte über die Absperrmauer springen und sich dann offensichtlich mit der kompletten Cannstatter Kurve prügeln, so kann ich das jedenfalls nur verstehen, was er davor hatte. Er wollte natürlich zurückgehalten, aber hat sich nicht so richtig beruhigen lassen, also das zog sich bestimmt über fünf bis zehn Minuten hin, bis sich die Situation etwas entspannt hat, weil natürlich die Jungs der Cannstatter Kurve dann sich auch provoziert fühlten und ja, jetzt sich nicht einfach wegdrehen und sagen, ja lass den Idioten mal labern, sondern da spitze sich schon etwas zu, es wurde aber von der Security glaube ich ganz gut gelöst, aber was ich eigentlich ansprechen wollte, warum ich dieses Thema hier mit in die Sendung bringen möchte, ist glaube ich, dass es da ein Wahrnehmungsproblem gibt von vielen Fans, auch mir geht das manchmal so, man hat das Gefühl, dass ganz viele eigentlich gegen Dietrich sind, ja man nimmt dann auch immer wieder dieses Ergebnis 57,2 oder 0,8 Prozent, die nur für Dietrich gestimmt haben und das ohne Gegenkandidaten, man nimmt dann die Dietrich-Rausrufe, die laut waren, gerade zu Beginn der Rückrunde, aber wenn man so sich mit normalen, ja also so 0,815 Fans unterhält, habe ich das Gefühl, dass Wolfgang Dietrich immer noch einen sehr großen Rückhalt hat, oder beziehungsweise dass es vielen völlig egal ist, was der eigentlich macht und ich habe auch das Gefühl, dass viele Fans, die auf der Haupttribüne sitzen, eine komplett andere Meinung zu der aktuellen Situation haben als Ultras und auch ein Stück weit als wir, also da kommt es mir schon so vor, dass viele da die Mannschaft hauptverantwortlich machen für das, was da auf dem Platz passiert, ich sehe das ein bisschen anders, möchte jetzt nicht für dich sprechen, ich glaube die Mannschaft ist im Endeffekt nur, ja das letzten Endes ausführende Organ, wenn man das so nennen kann und die Probleme beginnen eigentlich viel weiter oben und ja unter Umständen sind auch schon Leute weg, die mitverantwortlich sind für die aktuelle Misere, aber wenn man sich halt einfach mal so mit Leuten unterhält, während dem Spiel, während der Halbzeit, auf Arbeit und so, habe ich das Gefühl, dass viele Ultras und auch wir ein kleines Wahrnehmungsproblem haben, ich glaube das ist eine Bubble, in der wir uns da aufhalten, weiß nicht wie es dir erwähnt. Ja, Wahrnehmungsproblem würde ich es gar nicht nennen, es gibt halt verschiedene Wahrnehmungen, aber ganz klar ist auch, wenn man sich halt so im Twitter-Universum, im Ultra-Universum auffällt, dann hat man das Gefühl, 99 Prozent der Menschen würden sich freuen, wenn Wolfgang Dietrich sein Abend niederlegen würde und wenn man den Blick dann mal so ein bisschen weiter aufmacht und guckt halt auf die gesamte Fanszene, auf alle Mitglieder, dann ist das mitnichten so und gerade auf der Haupttribüne glaube ich, hat der sehr großen Rückhalt, das ist gar keine Frage. Gleichgültig ist es da vielen, das war mein Eindruck, den meisten ist es einfach egal. Da heißt ja irgendwie, ja aber der Dietrich, der schießt ja nicht daneben oder Dietrich verschuldet ja keine Tore, aber ganz grundsätzlich finde ich schon, dass gerade gegen Ende des Spiels gegen Union Berlin die Stimmung, also ich sitze ja im Block 47, das ist offiziell Cannstatter Kurve, aber eigentlich schon so ein bisschen Gegentribüne, also Höhe-Eckfahne, hatte ich schon das Gefühl, dass die Stimmung so ein bisschen toxisch ist, also die Cannstatter Kurve, die pfeift weitestgehend, die Haupttribüne klatscht, die Gegentribüne klatscht, dann regen sich die Tribünen auf, weil die Kurve nicht klatscht und da denke ich auch, hey, wir müssten doch eigentlich alle an einem Strang ziehen, wir wollen doch alle nicht in die zweite Liga absteigen, sondern wir wollen alle, dass das Team irgendwie in der ersten Liga bleibt, also wie auch immer das funktionieren kann, das wollen wir doch und eigentlich kann es doch nicht sein, dass wir Fans jetzt schon irgendwie uneins sind und ich fand die Stimmung da ungut und jetzt kann man natürlich sagen, wenn sich die Stimmung an der Personalie von Wolfgang Dietrich irgendwie so, ähm, sich da so entzweit, dann ist der Dietrich ja ein Spalter und er kann vielleicht nicht mal was dafür, aber wenn jetzt die Kurve sagt, wir sind dagegen und die Haupttribüne sagt, wir sind dafür, ähm, dann ist es halt die Personalie Wolfgang Dietrich, ähm, die die Stimmung spaltet und dann ist er halt tatsächlich der Spalter, ähm, den die Kurve auf ihren Transparenten Vorsicht trägt, ne, und er kann nicht mal was dafür, ähm, aber es ist halt so, an der Personalie entzünden sich halt gerade Konflikte, äh, oder schon die ganze Saison über, die wir halt derzeit gar nicht brauchen können, weil eigentlich sollten, ne, es waren 58.000 im Stadion, davon kamen 4.000, ähm, aus Berlin, eigentlich sollten 54.000 der gleichen Meinung sein und das war zumindest ens gegen Ende nicht der Fall und das ist nicht, nicht gut und das hat, äh, äh, viele Gründe und Wolfgang Dietrich ist sicherlich einer davon. Das wollte ich übrigens herausarbeiten, denn ich sehe es genauso wie du. Wolfgang Dietrich ist im Endeffekt derjenige, der den Spalt nicht nur durch die Fans treibt, sondern durch den kompletten Verein, weil ich glaube, dieser Spalt ist nicht nur zwischen Haupttribüne und, 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 und Ultrafans oder so, sondern dieser Spalt geht auch durch den Verein, das merkt man auch oder hört man auch, dass es da verschiedene Ansichten gibt und, ähm, ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Gemengelage und da sind wir genau bei dem Argument, das du vorhin gebracht hast, das du auch schon gehört hast, ja, der Dietrich steht ja nicht auf dem Platz, ja, das mag sein, dass er nicht auf dem Platz steht, aber er beeinflusst mit seinem Verhalten dennoch das, was auf dem Platz passiert, äh, und, 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 und letzten Endes ist er dann auch mitverantwortlich für diese Misere, die wir da jetzt aktuell, äh, erleben und, ja, es ist, es ist ganz schwierig, also, ich bin gespannt, wie das weitergeht, sollte der VfB absteigen, weil das ist, glaube ich, wirklich eine extrem gefährliche Gemengelage. Ich glaube nicht, dass der Verein jetzt dann direkt komplett vor die Hunde geht, aber die Panikreaktionen darauf, ja, auf einen Abstieg, die machen mir Sorgen, ja, du wirst halt den zweiten Ankerinvestor präsentieren und, äh, wirst viel Geld, denke ich mal, in neue Spieler investieren und, äh, das wissen wir ja aus jüngerer Vergangenheit, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man damit erfolgreich ist und direkt wieder aufsteigt und das ist dann genau der Punkt, wo ich mir große Sorgen mache, wenn du das komplette Geld, dass du eigentlich, ja, durch die Ausgliederung sinnvoll investieren wolltest, äh, ja, investieren musst, um halbwegs, halbwegs unbeschadet durch zwei Abstiege durchzukommen, ja, weil die 40 Millionen, die wir einfach jetzt... Genau, weil es meine große Hoffnung ist, ne, wir haben jetzt halt kein, genau, also, man, man, man darf davon ausgehen, ob Abstieg oder nicht, dass, äh, der zweite Investor wird wahrscheinlich, ähm, ähm, ja, zehn Tage, zehn Tage vor der, vor der Jahreshauptsammlung präsentiert werden, um die Stimmung halt ein bisschen zu glätten, da, da werden halt, ne, wird präsentiert, da kommt halt irgendein, äh, Marketing, ähm, äh, Vermarkter, Marketing- Vermarkter ist Blödsinn, Sportrechte-Vermarkter, der halt irgendwie ein paar Millionen reinkippt, das wird halt irgendwie wahrscheinlich zehn Tage vor der, ähm, Jahreshauptsammlung dann passieren, um die, ähm, Stimmung halt so ein bisschen zu beschwichtigen, da, da gehe ich von aus, äh, und dann wird Geld reingekippt, ähm, das ist halt dann Business as usual und gutes Timing, ähm, aber, aber meine Hoffnung ist halt echt so im neuen Staff mit, mit, mit Hitzelsberger und, 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 und Mislintat und, äh, im NLZ da mit Krücken und, äh, ja, also wie man sich da aufgestellt hat, dass halt da nicht irgendwie so das Geld, äh, rausgehauen wird, als sei es irgendwie Monopoly, ne, und dann wird halt irgendwie Mafio 2.0 für zehn oder elf Millionen verpflichtet, der halt dann irgendwie kaum ein Spiel macht, sondern dass man halt wirklich dann mit Augenmaß neue Spieler holt, wie es jetzt auch schon in Anschein hat, aus der zweiten Liga von, von, von sonst wo mit relativ wenig Risiko, aber einem relativ hohen Versprechen an Potenzial, ähm, ja, da habe ich schon, schon so ein bisschen Hoffnung, ja, und klar, und wenn es jetzt tatsächlich schief laufen sollte am Montag, ähm, und der VfB steigt ab, dann wird natürlich am 14.07. ähm, die Mitgliederversammlung, ähm, ziemlich spannend, weil dann muss sich halt Wolfgang Dietrich, der uns versprochen hat, dass wir bald unter den Top 3 spielen und dass die Abwärtsspirale letzten Jahre ein Ende hat und bla, 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 da ja, da muss er sich hinstellen und, äh, erklären, warum das nicht funktioniert hat, und, ähm, ich glaube, das könnte dann relativ unterhaltsam werden. Wir werden darüber berichten, unter Umständen sogar direkt von der Mitgliederversammlung, mal gucken, was da noch so möglich sein wird, ähm, und, äh, so langsam möchten wir natürlich hier auch zum Ende kommen, die angekündigte oder von uns besprochene 45-Minuten-Sendung wird's nicht mehr, kann ich schon sagen, aber es gibt noch ganz kurz ein paar News, die ich einfach kurz durchrattern will, weil ich's nicht unerwähnt lassen möchte, und, äh, wenn du kurz eine Meinung dazu hast, kannst du die natürlich gerne äußern. Zum einen gab's ein Interview, äh, von Tassos Donis, da hat er nochmal so ein bisschen nachgetreten in Richtung Markus Weinzierl. Er meinte sinngemäß, dass, äh, Markus Weinzierl mit den jungen Spielern eigentlich kaum sich unterhalten hat und sich immer mit den erfahrenen Spielern, ja, ausgetauscht hat. Aus Donis Sicht war das eines der großen Probleme, warum, warum es unter Markus Weinzierl nicht so richtig funktioniert hat, äh, im Training wurden die Spieler nicht so richtig aufgebaut und deswegen war die Stimmung negativ, also auch da scheint es wieder ein Kommunikationsproblem gegeben zu haben zwischen Weinzierl und der Mannschaft im Allgemeinen. Und dann hat Donis noch erzählt, ähm, jetzt muss ich das hier kurz mal richtig zusammenfassen, weil ich hier einfach nur Artikel kopiert habe, als er verletzt gewesen sei, äh, oder nachdem er verletzt gewesen sei, gab es keine Gespräche mehr mit Markus Weinzierl. Als er dann zurückkam, sagt Tassos Donis, ähm, hat er eigentlich überhaupt nicht mehr mit mir gesprochen und unter Nico Willig sei das jetzt anders. Er spreche jeden Tag mit den Spielern und, ähm, selbst wenn er mal nicht aufgestellt wird, findet da eine Kommunikation mit Nico Willig statt und auch im Training habe jeder wieder Spaß und kann seinen Job genießen. Ganz ehrlich, wenn ich diese Aussagen so lese, könntest du auch, weiß ich nicht, Dennis Haogo zu seinen Schalker Zeiten abdrucken oder andere Spieler, die auf Schalke gespielt haben, äh, denn die wissen im Endeffekt genau das gleiche zu berichten über Markus Weinzierl. Das ist einfach sein großes Problem, dass er nur einen sehr, sehr engen Kern um sich duldet, möchte ich fast schon sagen und auch ganz schlecht im Allgemeinen mit seinen Spielern kommuniziert. Ich habe das in einer zurückliegenden Folge auch schon mal angesprochen und gesagt, irgendwann wird ihm das auf die Füße fallen. Es hätte nicht unbedingt so drastisch enden müssen wie gegen Augsburg, wenn er mich fragt, aber es war abzusehen, dass das nicht funktioniert und Weinzierl muss sich da auch weiterentwickeln, ansonsten wird er bei Top-Mannschaften, ja, in der ersten und zweiten Bundesliga immer Probleme haben. Sebastian? Ja, absolut, ich würde es damit mit, äh, Martin Hinteregger, äh, halten, was er zu Manuel Baum gesagt hat, äh, ich, äh, was hat er gesagt? Ich kann nichts Positives über ihn sagen und ich möchte nichts Negatives über ihn sagen. Also, ähm, nee, das war halt ein Fehlgriff, ne, von, 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 von Reschke, also muss man einfach so, so festhalten, ne, also desaströse Bilanz, äh, Mannschaften, die mitgenommen, von Anfang an nicht von den Fans irgendwie akzeptiert worden, weil er immer gesagt hat, ja, meine Vorgänger und bla, 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 sich nie identifiziert mit dem Verein, ähm, ja, und so, für ihn muss man sagen, ja, es hat in, wo war's, in Regensburg funktioniert, es hat in Augensburg funktioniert, es hat in, 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 in Schalke überhaupt gar nicht funktioniert, es hat in Stuttgart noch weniger funktioniert, ja, und da muss sich halt dann der, der nächste Bundesligist halt wirklich fragen, ob, äh, Weinzierl, äh, wirklich dann das Zeug hat, äh, ja, dem Verein zu helfen, also ich kann's, ich kann's nicht beurteilen, ähm, aber jetzt nach Schalke und Stuttgart, äh, ja, muss man das halt deutlich hinterfragen. Dann gibt es einen Fast-Transfer zu vermelden, also es deutet vieles darauf hin, dass der VfB einen sehr interessanten Spieler verpflichtet, und zwar Philipp Klement vom SC Paderborn, 26-jähriger offensiver Mittelfeldspieler, äh, dessen Vertrag in Paderborn noch bis 2020 läuft, das ist auch der Grund, warum man den für ungefähr zweieinhalb Millionen wohl verpflichten wird, soll einen Dreijahresvertrag bekommen und, ja, gilt wie gesagt als, ja, doch sehr, sehr interessanter Spieler, hat in 31 Spielen für Paderborn in der Saison 16 Tore erzielt und sieben Vorlagen, äh, zum Erfolg der Paderborner beigesteuert, technisch starker Spieler, gute Standards und soll wohl auch im Abstiegsfall zum VfB kommen. Es gibt noch weitere Interessenten, beziehungsweise gab weitere Interessenten, Schalke 04 und der HSV, also es scheint so zu sein, als ob sich Philipp Klement im schwierigen Umfeld wohlfühlt, denn das sind so, glaube ich, vielleicht auch Köln, wenn man das noch mit dazu zählt, dazu zählt, sind das wirklich die Vereine, wo man im Endeffekt weiß, also langweilig wird es da nicht. Aber an und für sich, wieder ein interessanter Transfer, sollte es dazu kommen von Sven Mislintat, oder? Ja, absolut, ich meine, und für den Fall, dass wir in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen, klingt das ja so wie eine Wiederaufstiegsgarantie, so ein bisschen Terodde 2.0, also mit der Bilanz, da geht schon was, also ich meine, 26 ist da, ist halt schon relativ, 26 ein bisschen fortgeschritten halt für einen Zweitligaspieler, aber das heißt ja nichts, also ich meine, ja, also das Risiko ist überschaubar, ja, warum nicht, klar, und dann können wir nächste Saison dann mit Klement und Klement spielen, das wäre auch cool. Das wäre natürlich schön, wenn Klement hier nochmal zurückkommen würde, übrigens, das muss ich auch sagen, Klement, ich glaube immer noch, dass das jetzt nicht der absolute Kraupentransfer war, also ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass wenn er sich nicht so schwer verletzt hätte, gut, dann wäre er wahrscheinlich eh bei Bronby geblieben, aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass Jan Klement hier beim VfB zumindest ein guter Backup geworden wäre, aber müssen wir mal gucken, ich glaube nicht, dass da noch viel kommt. Weißt du, wie lange der noch Vertrag hat? Soweit ich weiß, nee, soweit ich weiß, läuft der Vertrag aus in dieser, also jetzt Ende der Saison, außer man hat da schon irgendwie seitens des Vereins gehandelt. Wird doch nichts mit Klement, Klement, Doppel, Doppel, Mittelfeld, na schade. Sieht nicht so gut aus, aber wir haben trotzdem noch einen interessanten zweiten Neuzugang zu vermelden, und zwar Michael Wimmer, der als dritter Co-Trainer zum VfB kommt, hat zuvor für den FC Augsburg gearbeitet und wird nach Rainer Ullrich und Rainer Wittmeier der dritte Co-Trainer werden, der jetzt hier beim VfB anheuert, wird natürlich dann, denke ich mal, irgendeine Spezialaufgabe übernehmen, was das genau sein wird, müssen wir uns überraschen lassen. Ich denke mal, damit ist auch diese Personalie erfolgreich abgearbeitet und wir kommen zum Finanziellen, da können wir vermelden, dass der schon seit mittlerweile zehn Wochen abgeschlossene neue Sponsorenvertrag mit Daimler nun auch offiziell vom VfB bestätigt wurde, sprich die Mercedes-Benz Bank wird auch noch bis 2023 auf dem Trikot des VfB Stuttgart zu sehen sein als Hauptsponsor. Der VfB bekommt dafür sieben Millionen Euro im Jahr, das ist ungefähr das, was man jetzt aktuell auch bekommt. Sollte der VfB absteigen, wird es ein bisschen weniger, dann zieht Mercedes-Benz oder die Mercedes-Benz Bank nochmal 30% ab von diesen sieben Millionen Euro. Außerdem bekommen wir das Logo EQ der Elektrosparte von Mercedes-Benz auf den Ärmel gebrandet. Bislang könnte man da ja Gazi lesen, jetzt kommt EQ. Müssen wir mal gucken, wie das dann einfach optisch gestaltet wird, weil das Logo, soweit ich weiß, blau ist. Ah, okay. Ja, ich meine, es macht ja irgendwo Sinn, ja, Elektromobilität, Elektro-Blau-Strom und so, aber sieht das scheiße aus, muss man sagen. Wobei wir natürlich noch nicht wissen, wie das... Über das Gazi-Ding war ja auch keine Zierte, also... Aber es war zumindest so von der Farbgebung her gut eingebunden. Ja, das stimmt schon. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch abwarten, wie sieht letzten Endes das Trikot aus des VfB Stuttgart. Ja, genau. Ja, das von Jako dann zum 1.7. wahrscheinlich erst präsentiert wird. Genau, du hast Post von Jako bekommen, du wolltest irgendwie schon irgendwie Sneak-Preview haben und die haben dich abblitzen lassen. Und die haben gesagt, fuck you. Ja, fuck you. Am 1.7. gibt's das Offizielle und dann können wir mit irgendwelchen Internet-Leaks wahrscheinlich irgendwie ein paar Tage vorher rechnen. Also solltet ihr jetzt, ja, also sollten Hörer hier dabei sein, die irgendwie schon das Jako-Trikot des VfB Stuttgart abfotografieren konnten. At VfB STR. Oder wenn ihr es geheim machen wollt, rickypalm at gmail.com. Schickt einfach mal eine Mail. Aber bitte nicht diese komischen grafischen Entwürfe von irgendeinem Franzosen. Die habe ich jetzt schon oft genug gesehen. Also die... Manche sind relativ spektakulär. Aber schickt, wenn das irgendwo schon am Ständer hängt, aus Versehen und so weiter. Weil ich meine, produziert sind die Dinger ja ziemlich sicher und hausen in irgendwelchen Kartons. Und vielleicht hängt irgendjemand aus Versehen schon mal irgendwo hin. Und wenn ihr ein Foto davon habt, dann schickt es Ricky. Und er schickt euch im Gegenzug dann VfB STR-Sticker. Ja, oder ihr könnt natürlich, wenn ihr auf Twitter seid, selber posten, wie Ricky denn das. Das geht natürlich auch. Schickt es Ricky. Wir branden das dann nicht oder so. Mit irgendwie STR-Pferd drauf oder so. Exklusiv. Exklusiv. Machen eine Sondersendung dazu. Ne, so schlimm wird es nicht. Und dann letzte Nachricht für heute. Es gibt was zu feiern. Und das finde ich wirklich grandios. Und zwar hat die DFL wie jede Saison dazu ausgerufen oder aufgerufen, den Rookie der Saison zu küren. Und es gibt nur einen Verein, der zwei Spieler ins Rennen schickt, nämlich den VfB Stuttgart. Denn die DFL hat Ozan Kabak und Nicolas Gonzalez für den Titel Rookie der Saison nominiert. Außerdem ist Hakimi von Dortmund mit dabei, Nelson von der TSG Hoffenheim, Luke Bakio von Düsseldorf, Dika von Frankfurt und Pereira vom 1. FC Nürnberg. Da ist natürlich der ein oder andere starke Konkurrent mit dabei. Aber, Sebastian, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich bin der Meinung, dass Kabak und Luke Bakio die zwei sind, die das Rennen dann unter sich ausmachen werden. Also ich glaube, Hakimis Verletzung kommt ihm so ein bisschen dazwischen. Rhys Nelson war auch nicht immer erste Wahl bei Hoffenheim, in Dika zuletzt bei Frankfurt nicht mehr so richtig zum Zug gekommen und Pereira ordentlich, klar, in der Rückrunde gar keine Frage, sehr gute Spiele. Ja, Absteiger, Absteiger. Ja, ist halt ein Absteiger, genau. Nee, gut möglich, also und krass eigentlich, ne? Kabak irgendwie hat ja nur eine Halbserie gespielt, hat Chancen, also ja, warum nicht? Also fleißig abstimmen, wäre ganz cool. Genau, das muss man dazu sagen, ihr könnt abstimmen. Also geht da auf, weiß ich nicht, DFL, Rookie der Saison. Keine Ahnung, wie die Webseite genau heißt, aber ihr findet das schon, da bin ich mir sicher. So, dann kommen wir zu den Plugs, um diese Sendung zu beschließen und die Plugs beinhalten unter anderem heute eine Danksagung an alle, die über PayPal Spenden rüberwachsen lassen haben. Vielen, vielen Dank, die waren auch nicht so gering, wie ich das eigentlich dachte, als ich dazu aufgerufen habe. Also wirklich, danke, danke, Dankeschön, das wird in die Technik fließen und in ein sehr konstruktives Gespräch, das wir hier schon vereinbart haben. Ende Juni geht es dann um die Zukunft von STR. Wir wollen diesen Podcast verbessern, zum einen natürlich die Audioqualität, aber auch den Inhalt, also da wird es unter Umständen dann für euch was geben in der kommenden Saison. Also vielen Dank für die Spenden, vielen Dank auch für alle, die auf Patreon uns unterstützen, patreon.com slash vfbstr Wir sind jetzt soweit, dass die monatlichen Kosten gedeckt wurden. Also das ist auch wirklich beachtlich, finde ich. Also vielen, vielen Dank an euch da draußen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist unser Gespräch, das von den Spenden gedeckt ist, das ist dann auf Bali Ende Juni und eine Woche lang, oder? Das wäre schön. Also wenn wir da mal hinkommen, dass wir dann von Bali senden oder so, weiß ich nicht, kann auch sein, dass ich dann den Spendenaufruf hier einstelle. Das ist mir dann vielleicht schon fast unangenehm. Okay, also nee, dann bleibt es dann vielleicht doch dann bei Currywurst und Bier irgendwo in Stuttgart. Okay, vorerst, vorerst, ja. Ja, ich glaube, wir müssen uns erstmal damit begnügen, aber das macht ja nichts. Wir sind ja Leute. Nee, nee, alles gut. Ja, also das ist okay. Wir machen es ja nicht des Geldes wegen. Ach, absolut nicht. Nee, ich finde das wirklich beachtenswert, wenn Leute da einfach... Total, nee, ich feiere das, also ganz großartig. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ja, danke. Mehr kann man nicht sagen. Vielen Dank. Und dann noch der Hinweis, nicht vergessen, VfB-Viererkette am 6. Juni ab 19 Uhr in der Hauptstädter Straße 41. Das sind die Räumlichkeiten des Fanprojekts Stuttgart. Schlagt da auf, der Eintritt ist frei und hört zu, was Lennart und Erik von Rund um den Brustring, Martin und Jens vom Brustring-Talk, Ron und Daniel von der Nachspielzeit und natürlich hier unser Sebastian vom Vertikalpass und STR über die Rückrunde zu sagen haben. Wie gesagt, kommt nicht erst 19 Uhr, guckt, dass ihr vielleicht schon um halb sieben da seid, dass ihr auch wirklich noch einen Platz bekommt, in diesen Räumlichkeiten, aber schreibt euch diesen Termin hinter die Ohren. 6. Juni 19 Uhr und geht auf die diversen Facebook-Seiten von diesen vier Fan-Podcasts und tragt euch da im Kalender ein, dass ihr mitmacht oder beziehungsweise vorbeikommt, sodass man ungefähr weiß, mit wie vielen Leuten man zu rechnen hat. Also dieser Aufruf ist auch noch wichtig. Genau, und das passen irgendwie genau 50 bis 60 Leute in die Location rein und ich fände es ganz großartig, wenn so viele dann zusätzlich kommen, dass wir eine Meldung in Verkehrsnachrichten bekommen, weil die Hauptstädter Straße irgendwie nicht mehr so richtig befahrbar ist. Also wir haben keine Ahnung, kommen 30, kommen 50, kommen 150 und es wäre total toll, wenn so viele kommen, dass nicht alle reinpassen, auch wenn dann manche halt nicht mehr reinpassen, aber es wäre total cool, wenn ganz, ganz viele kommen. Ihr bekommt ja anschließend das Ganze auch noch als Audio serviert, das ganze Gespräch wird auch als Podcast veröffentlicht und wenn ich das richtig verstanden habe, könnte es auch sein, dass es ein Video dazu gibt, aber ja, am besten ist natürlich, wenn man direkt vorbeikommt und sich vielleicht direkt beim Sebastian auch einen Vertikalpassaufkleber abholt, vielleicht auch so sogar schon zwei und ich bin mir sicher, dass ich dem Sebastian vorher auch noch ein paar STR-Aufkleber in die Hand drücken werde. Wenn mir das nicht gelingt, könnt ihr die STR-Aufkleber auch bei mir völlig kostenlos bestellen. Ich schicke euch die, wie gesagt, für euch völlig kostenlos zu. Ja, kontaktiert mich einfach auf den sozialen Medienkanälen, entweder auf Instagram at vfbstr, auf Twitter at vfbstr oder auf Facebook at vf3str. Ich muss es immer wieder erwähnen, es tut mir leid. Es geht halt nicht. Man darf nicht vfb vorne stehen haben und noch nicht mal hinten. Also STR-Vfb geht auch nicht. Es wird sofort untersagt von Facebook. Fake News sind ein großes Thema für Facebook und offensichtlich denkt man, wenn man vfbstr heißt, möchte man hier die Identität des ruhmreichen Bundesliga-Clubs an sich reißen, was natürlich nicht der Fall ist, aber sei es drum. Aufkleber, wie gesagt, über diese Kanäle oder wenn ihr mich vorm Stadion trefft. Das hat ja auch gut funktioniert in den letzten beiden Heimspielen. Also sprecht mich da ruhig an, solltet ihr wissen, wer ich bin und ich gebe euch da gerne auch Aufkleber. Ich habe immer einen ganzen Stoß in der Buchse. So, genau. Ein nächster, kann man kurz ansprechen, eine nächste Chance von Ricky str oder von mir Vertikalpass-Sticker abzugreifen, wäre der 2. Juni und zwar in der Mechatronik Arena in Großaspach. Denn da spielt die VfB U19 das Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen Borussia Dortmund. Zweiter Sechste, ich glaube, Anpfiff ist 12.45 Uhr oder so. Warte mal, ich nehme mal die Karte hier. Natürlich. Ja, meine Karte noch gar nicht bekommen, fällt mir gerade ein. Aber ich glaube, 12.45 Uhr, oder? 12.45 Uhr ist absolut richtig. Ha! Genau. Wir sind, glaube ich, alle, 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 alle in Block H. Also, aber auch wenn ihr nicht in Block H seid, ich glaube, in Großaspach können wir uns quasi nicht verfehlen. Kommt alle nach Großaspach, wir müssen irgendwie das Ding voll machen, da passen 10.000 Leute rein. Und ich finde, die U19 hat es echt verdient. Die haben gestern den DFB-Pokal den Junioren gewonnen und können jetzt das Double dann klar machen, morgen in einer Woche. Und der Machen war Großaspach voll. So sieht es aus. So, kommt vorbei. Und wie gesagt, sprecht uns an. Dann gibt es natürlich auch die Aufkleber auf die Hand. Gut, das soll es gewesen sein. Ein bisschen länger als geplant. Sei es drum. Vielen Dank, Sebastian. Ich habe gerade geguckt, DFB-Pokalfinale, RB Leipzig. Immer noch 2-1 für den VfB. Super. Ja, 0 zu 3. Also, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben es nicht geguckt und haben richtig viel Spaß gehabt am Samstagabend. Hätten wir nicht gehabt, wenn wir DFB-Pokalfinale geguckt hätten. Also, alles, alles gut. Alles richtig gemacht. Und jetzt könnt ihr noch was richtig machen. Ich bin schon zufrieden. Auf Twitter könnt ihr den Sebastian folgen unter atbutze mit 2z. Oder ihr folgt dem Vertikalpass auf Twitter atvertikalpass. Ihr könnt natürlich auch mir auf Twitter folgen, atrickipalm, ohne C, dafür mit K. Und ja, die sozialen Medienkanäle von STR habe ich ja gerade eben schon durchgegeben. Guckt mal bei YouTube vorbei, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Das hilft ja auch irgendwie dem Algorithmus, was weiß ich, macht es einfach und bewertet diesen Podcast auf iTunes. Auch das soll ziemlich cool sein, habe ich mir sagen lassen. Gut, jetzt sind wir durch. Und kauft, falls ihr aus Stuttgart-Umgebung kommt, kauft die neue Lift und blättert auf Seite 12, 13. Ich habe sie noch nicht. Du hast sie in der Hand. Ja, ihr solltet ja erst am 27. rauskommen. Ich habe sie heute schon gefunden. Ich glaube, in der nächsten Podcast- und YouTube-Kanäle Stuttgart kauft. Es kostet nur 2,50 Euro. Blättert mal rein und schaut mal. Vielleicht findet ihr da irgendein ungleiches Paar, wo der eine 1,50 Meter und der andere 3,15 Meter groß ist. Es ist von dir unvorteilhaft fotografiert. Denn ich habe das Originalbild heute der Familie vorgelegt und habe gesagt, guck mal, also das sieht doch nicht so schlimm aus. Und da wurde mir bestätigt, nein, es sieht nur auf deiner Fotografie, die du gemacht hast, komisch aus. Ich bin natürlich keine 3 Meter und der Sebastian ist keine 1,50. Wie groß wir wirklich sind, könnt ihr mit Meterstab messen und wie gesagt, dann in Großaspach veröffentlichen. Gut, dann sind wir durch. Vielen Dank, dass ihr so lange drangeblieben seid. Sebastian, vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Und ich bin mir sicher, die nächste Ausgabe feiern wir die Erstklassigkeit. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.